Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne sieben unterschiedliche Mindset-Hacks vorstellen, die dir dabei helfen werden, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und mehr umzusetzen. Es soll jetzt so vor allen Dingen darum gehen, wie du dir mehrere Einkommensströme aufbauen kannst. Ich möchte dir zeigen, wie du produktiver wirst, wie du vor allen Dingen deine eigene Produktivität steigerst und damit natürlich dann auch mehr Umsatz generierst. Übrigens, wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching-Buch möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Tutorial. In diesem Video soll es mal rund ums Thema Umsetzen gehen und ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben, die dir dabei helfen werden, mehr und besser umzusetzen. Zuallererst sei schon mal Folgendes gesagt. Ich bin ein Workaholic und ich möchte nicht, dass ihr auch ein Workaholic werdet, weil es hört sich zwar mal schön an, wenn Leute sowas sagen und es wird ja auch immer gerne diese Hustle-Mentalität, gerade im Bereich Entrepreneurship, im Bereich Gründung, immer gerne so in den Vordergrund gestellt. Bloß, es ist natürlich etwas, was auch nicht gesund ist. Ich möchte aber dennoch, dass ihr eure Ziele erreicht. Ich möchte, dass ihr ins Umsetzen kommt und vor allen Dingen, dass ihr euren ersten Schritt macht. Und ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen von heute Nacht 2 Uhr. Nämlich heute Nacht um 2 Uhr habe ich endlich einen neuen Kurs fertiggestellt. Ich erstelle derzeit ziemlich genau einen Kurs pro Woche, versuche das Ganze aber noch ein bisschen schneller hinzukriegen, dass ich ziemlich genau einen 10-Plus-Stunden-Kurs alle 4 Tage erstelle. Wie genau kriege ich es hin, A, so viel Content mir anzulesen, B, diesen Kurs umzusetzen, diesen dann auch nochmal zu promoten und praktisch dazu zu bringen, zum Bestseller zu werden. Zuallererst sei schon mal Folgendes gesagt, ich ruhe mich nie auf meine Erfolgen aus. Zum Beispiel, manche habe ich wirklich gute Tage und dann denke ich mir, mein Gott, heute hast du wieder, weiß nicht wie viel Geld gemacht. Bloß, wenn ich zum Beispiel genau diese Tage habe, dann versuche ich mich immer selbst auf den Boden zu halten. Das heißt, wenn ich mir persönlich sage, okay, ich habe heute was gut gemacht, dann bleibt das so stehen. Bloß, ich nutze dieses Argument nicht, um mich auszuruhen. Nämlich, sehr, sehr viele Leute werden Folgendes tun. Wenn sie zum Beispiel ein Produkt fertig haben oder zum Beispiel einen Tag mal wirklich gutes Geld gemacht haben, dann lehnen sie sich zurück und sagen, ach, viel Geld gemacht oder ein tolles Produkt rausgebracht, jetzt kann ich erst mal vor einige Tage nichts tun. Und für mich ist immer Folgendes wichtig. Ich versuche immer zu machen, was unmöglich ist. Das heißt, zum Beispiel, viele Leute hatten mir damals auch gesagt, als ich mit meinem Online-Kurs-Business startete, dass es vielleicht so gut wie unmöglich ist, einen Kurs an einem Tag zu machen. Ich hatte damals für ganz, ganz lange Zeit jeden Tag einen Kurs rausgebracht. Und meist sowas wie vier, fünf Stunden doch sehr hochqualitative Kurse. Viele Leute haben mir jetzt auch gesagt, naja, YouTube wird sich ja nicht für dich lohnen. Das wird höchstwahrscheinlich auch nicht besonders laufen. Ich hatte von einer Person auch übrigens gehört, als ich mal Teaching Hero zum Beispiel launchte, dass die meisten Leute, die eine Online-Akademie starten, auf die Nase fliegen und so weiter und so fort. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, all diese Dinge, die sind nicht eingetroffen. Und einfach nur aus folgendem Grund. Nämlich, wenn ich beispielsweise etwas fertig habe, dann versuche ich direkt, mit der nächsten Sache weiterzumachen. Und ich versuche halt grundsätzlich bei mir, Pausen extrem zu minimieren. Zum Beispiel heute Nacht habe ich diesen neuen Kurs fertiggestellt. Und die normale Person würde dann um zwei Uhr nachts definitiv ins Bett gehen. Und glaubt mir, das, was ich euch jetzt erzähle, ist nicht gesund. Also bitte, 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 macht mir das jetzt nicht nach. Ich möchte einfach nur, dass ihr vielleicht seht, wie hart man arbeiten kann. Und zum Beispiel heute Nacht, als ich den Kurs fertig hatte um zwei, die meisten Leute würden sich ins Bett legen, habe ich erstmal nochmal zwei weitere Stunden an Kurs-Content aufgenommen und bin dann praktisch um fünf ins Bett gegangen. Wie spät haben wir es jetzt? Es ist gerade zwölf Uhr neun und ich bin schon wieder seit zweieinhalb Stunden wach. Also ihr könnt euch vorstellen, die heutige Nacht war nicht besonders lang. Das liegt aber einfach vor allen Dingen daran, dass ich mir halt selbst einen ganz, ganz genauen Ablaufplan gebe. Das heißt, jeden Tag habe ich ein bestimmtes Ziel und dieses Ziel erreiche ich, komme, was wolle. Und vor allen Dingen ist für mich auch Folgendes wichtig, nämlich Dinge fertigzustellen. Zum Beispiel heute Nacht, als ich dieses Produkt fertigstellte, um zwei, wenn höchstwahrscheinlich die meisten Leute würden da sagen, zwei Uhr ist mir zu spät, das mache ich lieber am nächsten Tag. Oder beziehungsweise dann später am nächsten Tag. Ihr wisst, was ich meine. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich mir sage, gut, ich mache nicht unbedingt so lange weiter, bis ich müde bin, sondern ich mache so lange weiter, bis ich fertig bin. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass es für mich möglich ist, dieses Produkt bis um zwei Uhr fertigzustellen und ich weiß, dass ich es dann auf jeden Fall fertig habe, dann versuche ich halt auch wirklich diese Arbeit zu leisten und dieses Produkt bis um zwei Uhr fertig zu bekommen. Und genau dasselbe ist es, was alle Dinge angeht. Zum Beispiel, und das sage ich ja immer, mein Business ist sehr zeitintensiv. Ich muss extrem viel Zeit damit verbringen, Videos vorzubereiten, Videos zu schneiden, Videos aufzunehmen und so weiter und so fort. Bloß, wenn ich mir halt selbst ein Ziel setze und ich weiß, ich kann dieses Ziel erreichen, dann versuche ich halt alles andere zu eliminieren, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Zum Beispiel, viele Leute würden höchstwahrscheinlich sagen, dass es so gut wie unmöglich ist, vier Stunden fertig produzierten Videocontent mit hoher Qualität jeden Tag zu schaffen. Und bei mir ist es so, dass ich mir sage, gut, es ist zwar sehr, sehr schwer, genau dies zu tun, bloß irgendwie kann man es tatsächlich hinkriegen. Und dann versuche ich halt, jeden Prozess so zu optimieren, dass ich halt dieses Ziel erreiche. Oder zum Beispiel, als ich sehr aktiv im Bereich T-Shirt-Business war, da hatte ich mir überlegt, wie viele Designs kann ich am Tag schaffen? Wie viele Designs kann ich am Tag erstellen? Schaffe ich es vielleicht, 500 Designs am Tag zu schaffen? Wenn ja, wie genau kriege ich das hin? Oder zum Beispiel, als ich meine Akademie aufbaute, hatte ich mir mal als Ziel gesetzt, dass ich jeden Tag zwei neue Kunden haben möchte. Und ich weiß, das hört sich jetzt nicht besonders viel an, bloß eine Person, die dir wiederkehrend Geld bezahlt, jeden Monat davon zwei Personen am Tag zu finden. Das heißt, 60 im Monat, das ist schon ganz schön ordentlich. Und dann über lange Zeit habe ich genau das gemacht und komme, was wolle. Ich habe jeden Tag versucht, es zu probieren, diese zwei Leute zu bekommen. Und meist waren es sogar sehr viel mehr, als zwei Leute, die ich am Tag dafür überzeugen könnte, Teil dieser Akademie zu werden. Oder zum Beispiel, auch der YouTube-Kanal. Ich denke, viele von euch werden es sicherlich nicht so schön finden, dass ich so viele Videos jeden Tag poste. Von den Einnahmen her ist es aber eine bisher sehr gut funktionierende Strategie. Sicherlich verdienen andere sehr, sehr viel mehr als ich und das kann ich auch gut nachvollziehen. Bloß das, was ich mir überlegt habe, nämlich so und so viele Videos zu erstellen, um solche und solche Einnahmen zu erzielen, das scheint auch wieder zu funktionieren. Das heißt, nur weil Leute sagen, dass Dinge unmöglich sind und nur weil Leute sagen, dass es vielleicht nicht funktioniert, heißt nicht, dass es tatsächlich nicht funktioniert oder dass es tatsächlich unmöglich ist. Weil ich grundsätzlich glaube, dass die meisten Leute nicht ihr Potenzial ausnutzen. Das heißt, die Meinungen von anderen Leuten basieren eigentlich vor allen Dingen darauf, dass sie eigene Limitationen haben, dass sie eigene Limits haben und versuchen, nicht über diese Limits rüber zu kommen. Und ich weiß, vielleicht diese Limits zu durchbrechen, kann auch manchmal nicht besonders gesund sein. Ich denke jetzt nicht, dass es mich umbringt, hier jeden Tag Videos aufzunehmen. Es ist aber natürlich doch schon eine sehr große Anstrengung, die man hier eingeht. Mein Tipp an dich ist also der folgende. Überlege dir, was ist möglich. Das heißt, überlege wirklich objektiv, was ist möglich und vor allen Dingen versuche dir dann nochmal zu überlegen, was hast du bisher für möglich gehalten. Zum Beispiel am Anfang hätte ich mir niemals vorgestellt, dass ich mal am Tag, übrigens meine Top-Leistungen, in Anführungsstrichen, sind 5 Stunden fertiger Videocontent am Tag. Ich hätte mir damals nie vorstellen können, dass ich 5 Stunden fertigen Content jeden Tag rausbekomme. Bloß dann mit der Zeit, wenn du dich hocharbeitest und immer mehr, sag ich jetzt mal, dein Limit weiter pusht, dann unvermerkst du, hm, ich kann ja nicht nur eine Stunde Content am Tag erstellen, sondern 1,5. Und nicht nur 1,5, sondern vielleicht 1,3 Viertel. Oder dann vielleicht 2, 2,5 und so weiter und so fort. Und indem man halt immer weiter seine Limits pusht, kann man natürlich auch sehr, sehr viel mehr erreichen. Und zum Beispiel nur, weil du zum Beispiel 20% mehr erreichst, heißt es noch nicht, also 20% zum Beispiel mehr Content erschaffst, heißt es noch lange nicht, dass du nur 20% mehr Geld verdienen wirst. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese paar Prozent, die man mehr leistet, dann irgendwann exponentiell werden. Und so ist es zum Beispiel bei mir. Über ganz, ganz viele Jahre, insgesamt 5 Jahre, habe ich jetzt hintereinander, jeden Tag, ohne mir einen Tag, um mir Auszeit zu nehmen, gearbeitet. Ich hatte zwar kleinere Auszeiten dazwischen, meistens so ein, zwei Tage rund um Weihnachten, aber sonst habe ich halt jeden Tag, selbst in meinem Geburtstag, gearbeitet. Und ich weiß, das sind viele von euch sicherlich nicht gewillt zu tun oder ihr habt noch nicht mal die Zeit dafür, weil ihr beispielsweise andere Verpflichtungen habt, sei es nun Familie, sei es nun Kinder und so weiter und so fort. Aber durch dieses stetige Arbeiten und jeden Tag, das Arbeit investieren und jeden Tag ein bisschen mehr geben und immer mehr zu tun, als die anderen Leute, mehr Kurse zu produzieren, mehr Coachings zu machen und so weiter und so fort, dadurch hat sich langsam dieser exponentielle Prozess gestartet und vor allen Dingen, jetzt bin ich halt am Punkt, wo ich sagen kann, gut, ich habe so irre viele Produkte erstellt, ich habe so viele Akademien gebaut, ich habe Affiliate-Einnahmen, ich habe Coaching-Kandidaten und so weiter und so fort. Diese ganzen Einnahmequellen kann ich halt durchgehend Geld überall hernehmen. Nämlich das Problem, das die meisten Leute haben, ist, dass sie ja zum Beispiel eine einzige Einnahmequelle nur haben und von dort zum Beispiel Geld kommt. Das ist zum Beispiel ihre Agentur oder vielleicht sind es ihre Udemy-Kurse oder vielleicht ist es ihr Kindle-Business oder was weiß ich. Aber indem ich halt extrem viel Zeit investiere und jede einzelne Einnahmequelle versuche, jeden Tag zu täckeln, das heißt, jeden Tag dort ein wenig Arbeit reinzustecken, durch all diese Dinge, die ich halt tue, schaffe ich es viele, viele Einnahmequellen am Leben zu halten und von all diesen Einnahmequellen kriege ich praktisch täglich Geld überwiesen. Und das sind jetzt auch keine kleinen Summen, das sind wirklich große Summen. Das heißt, mein persönlicher Tipp in euch ist der folgende. Lasst euch, wie gesagt, nicht von irgendwelchen Meinungen einschränken, ich habe das nie getan. Versucht vor allen Dingen halt hart zu arbeiten, versucht anderen Leuten nicht unbedingt zu beweisen, dass ihr es könnt, versucht eher selbst euch zu beweisen, dass ihr es könnt und dass zum Beispiel das, was andere Leute für möglich halten, dass das tatsächlich möglich ist. Gebt immer euer Bestes, versucht wirklich jeden Tag mit Volldampf zu arbeiten. Glaubt mir, im Longterm wird das ein exponentieller Prozess werden. Ihr werdet im Longterm sehr, sehr viel erfolgreicher werden, obwohl ihr vielleicht nur 5% oder 10% mehr Arbeit leistet als vielleicht möglich beziehungsweise als die anderen. Und dann werden vielleicht irgendwann Leute sagen, ja mein Gott, wie hast du das hinbekommen? Und dann kann ich halt nur sagen, durch wirklich, wirklich harte Arbeit. Und übrigens ist es bei mir heute immer noch so, dass ich jeden Tag versuche, mindestens 14 bis 16 Stunden an meiner Firma zu arbeiten. Das ist wie gesagt sehr anstrengend, aber glaubt mir, irgendwann ist es das wirklich wert. Aber gut, das war es nun hier. Normalerweise mache ich keine solche Motivations- beziehungsweise Mindset-Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat mich nicht zu sehr als, ja, Workaholic enttarnt. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Habe keine Angst davor, dich selbst zu promoten. Über dieses Thema würde ich gerne mit dir heute hier in diesem Video sprechen. Ich sehe nämlich immer wieder Folgendes. Sehr viele Leute sagen, dass du grundsätzlich dich nicht selbst promoten solltest, sondern dass du den Leuten dort draußen, den Zuschauern, den Zuhörern, ob es nun ein Podcast ist oder ein Video ist oder was auch immer, dass du diesen Leuten immer nur Mehrwert mitgeben solltest und nicht unbedingt dich durchgehend promoten solltest. Und in meinem Fall ist es natürlich so, dass ich glaube, dass ich da vielleicht das Gegenbeispiel bin, weil ich grundsätzlich probiere, in jedem von meinen Videos mit allem, was ich tue, mich selbst zu promoten oder meine Produkte zu promoten. Meistens ist es eher halt das Produkt, nicht unbedingt ich selbst. Und ich würde einfach gerne mal die Logik dahinter erklären und würde das Ganze mal hier gerne an diesem YouTube-Kanal erklären. Ich sehe nämlich auch unter YouTubern immer wieder Folgendes. Es gibt viele YouTuber da draußen, auch wirklich große YouTuber, die sagen, ich möchte auf meinen Videos keine Werbung schalten. Was ich übrigens respektiere, was natürlich das, sag ich jetzt mal, die Experience, die Erfahrung für den Kunden, sehr, sehr schön macht. Nämlich, wenn ihr jetzt auf diesem Kanal hier keine Werbung hättet, wäre es natürlich für euch auch schöner, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr es gerne mögt, Werbung zu gucken. Bloß, die meisten von den YouTubern, die genau dies tun, versuchen sich dann auf anderem Wege zu finanzieren. Und das zum Beispiel über Patreon. Und die Frage, die ich jetzt an euch habe, ist die folgende. Nämlich, welche Optionen findet ihr besser? A, ihr müsst mir, in Anführungsstrichen, müsst mir physisch, also wirklich Geld geben über Patreon. Das heißt, in jedem Monat gehen von eurem Konto irgendwie 10 Euro ab oder ihr zahlt einfach gar nichts und guckt die Videos for free. Und ich glaube da, wie gesagt, verstehen das manche YouTuber falsch. Zum Beispiel für mich als Kunde, ich bin ja auch ein Kunde von anderen Leuten, ich schaue mir ja auch YouTube-Videos an, für mich zum Beispiel ist es viel schöner, einfach nur Content zu schauen von der Person und wenn mir dieser Content gefällt, dann gucke ich mir die Werbung von der Person an. Aber dass ich dann praktisch auf Patreon gehe, der Person zum Beispiel 10 Euro im Monat zahle oder was auch immer, das ist A, natürlich immer wieder eine Expense, die von meinem Konto runtergeht. Ich muss das übrigens dann auch wieder vom Finanzamt erklären, das heißt, es kostet mich Zeit, es kostet mich Mühe und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen muss diese Person das natürlich dann auch mal wieder versteuern und so weiter und so fort. Das heißt, für mich ist es zum Beispiel besser zu sagen als Kunde, ich schaue einfach die Werbung von der Person und gebe der Person dadurch Geld, wie als würde ich halt praktisch immer halt über Patreon 10 Euro zahlen oder was auch immer. Deswegen könnt ihr euch übrigens schon mal sicher sein, dass ich zumindest hier auf diesem Kanal, auf diesem Businesskanal niemals einen Patreon-Account haben werde. Ich glaube auch grundsätzlich nicht, dass wenn ich über Geld rede, mir irgendeine andere Person auf einmal Geld geben wird. Das wird nicht passieren, auch wenn es schön wäre, aber nein, keine Sorge. Der zweite Punkt ist dann natürlich der folgende, nämlich sehr viele Leute sagen, dass sie sich selbst in ihren Videos oder grundsätzlich auf Social nicht promoten möchten, dass sie ihre Produkte nicht promoten möchten und so weiter und so fort. Und machen wir doch einfach mal das Experiment im Kopf. Nämlich, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ich würde nicht meine eigenen Produkte hier auf diesem Kanal promoten. Wie viel Geld hätte ich dann übrig? Klar, die 600 Euro Ad Revenue. Das war's. Und diese 600 Euro Ad Revenue muss ich aber steuern. Das heißt, ich kriege von diesen 600 Euro Ad Revenue vielleicht gerade mal 300 Euro raus. Und ganz ehrlich, wenn ich nur das Ad Revenue hatte, hätte, würde ich diesen Kanal nicht machen. Nämlich zum Beispiel, drei, vier Videos am Tag zu machen, kostet mich sehr viel Zeit. Und das halt für 300 Euro lohnt sich nicht. Das heißt, es ist für mich als Creator in Anführungsstrichen eine weit bessere Entscheidung zu sagen, gut, dann promote ich in meinen Videos Produkten und ich habe halt praktisch Werbung auf diesen Produkten drauf, weiß aber dann, dass ich jeden Tag mit Qualität Videos machen kann. Und vor allen Dingen, ich weiß auch, dass ich das Ganze im Long Term machen kann. Das heißt, die Leute, die tatsächlich meinen Content gut finden, die werden den Content immer schauen können. Ich werde niemals mit diesem Kanal stoppen, außer jetzt keiner kauft mehr oder es ist extrem unprofitabel geworden und vor allen Dingen, diese Person muss ja nicht unbedingt von mir die Produkte kaufen. Das Individuum muss nicht kaufen. Zum Beispiel, wenn du jetzt meine Videos schaust, dann hast du ja praktisch Werbung. Das heißt, diese Werbung schaust du und dadurch verdiene ich Geld. Bloß nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, wie wahrscheinlich jetzt auch in diesem Video, werde ich mein Coaching-Programm promoten oder einen Kurs oder was auch immer. Du musst ja nicht unbedingt dieses Produkt kaufen. Das heißt, für das Individuum ist es nicht unbedingt ein Problem, wenn jemand ein Produkt promotet. Ich sage das nicht aus meiner Perspektive raus, sondern eher für dich als Tipp, wenn du deinen eigenen YouTube-Kanal aufbauen möchtest. Bloß für dich wiederum ist es wieder sinnvoller, wenn du zum Beispiel einen YouTube-Kanal hättest, weil du weißt, dass einige Leute definitiv das Produkt, das du im Video beworben hast, kaufen werden. Das heißt, eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Situation, nämlich ein Kunde kriegt ein tolles Produkt, der Kunde, aber der andere Kunde praktisch muss nicht unbedingt das Produkt kaufen. Das heißt, er hat immer noch die Option und vor allen Dingen kann er halt den Content weiterhin komplett kostenfrei schauen, weil du halt mit dem Kanal Geld verdienst und dementsprechend auch die Möglichkeit überhaupt erst hast, diesen Kanal weiterzuführen. Genau deswegen ist es jetzt von meiner Perspektive aus eigentlich die sinnvollste Option für den Kunden und für mich als Person, die praktisch diesen Kanal macht, diesen Kanal auf möglichst vielen Wegen zu monetarisieren. Ich weiß, natürlich darf es nicht störend sein und ich weiß, dass es vielleicht manchmal in meinem Falle tatsächlich störend ist, bloß mancher sehe ich das hier auch ein bisschen auf diesem Kanal so als Case Study, nämlich dass ihr seht, was ich mache und wenn ich euch zeige, dass es funktioniert, dass ihr praktisch genau dasselbe übernehmen könnt und ich hoffe dann natürlich dann, dass es dann auch für euch funktioniert. Aber wichtig ist einfach nur Folgendes zu verstehen, nämlich einen YouTube-Kanal zu monetarisieren, wenn ihr selbst einen starten möchtet, ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, keinesfalls, es ist eher etwas Gutes, weil ihr dann die Möglichkeit habt, das, was ihr mögt, viel, viel länger zu tun und die Leute, die euren Content tatsächlich mögen, können diesen auch schauen, zum einen halt for free, weil sie nirgendwo irgendwie in den Mitgliederbereich oder was auch immer reingehen müssen und vor allen Dingen wissen sie auch, dass sie im Long-Term deinen Content schauen können, weil du halt genug Geld mit dem Kanal verdienst, um nicht beispielsweise in einem Full-Time-Job sein zu müssen. Und genau dasselbe, genau dasselbe Mindset versuche ich jetzt mal zu übertragen auf andere Social-Kanäle. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an, du machst tolle Facebook-Posts und deine Facebook-Posts helfen Leuten weiter. Das ist zum Beispiel in meinem Fall nicht so. In meinem Fall ist es so, dass ich eigentlich in meinen Facebook-Posts immer nur meine Produkte promote. Aber nehmen wir mal an, ich würde nur tolle Facebook-Posts haben und die würden Leute weiterhelfen. Dann wäre es natürlich gar nicht mehr so eine schlechte Idee, auch in diesen Facebook-Posts dann nochmal zum Beispiel eine Ressourcen-Sektion zu haben, wo Leute sich den Kurs kaufen können oder ein Buch kaufen können oder was auch immer. Einfach nur, weil du ja dann die Möglichkeit hast, weiterhin diese Videos zu machen. Um das Ganze mal abzurunden, meine persönliche Begründung, warum ich meine Produkte hier promote, ist einfach aus folgendem Grund. Ich will weiter das tun, was ich gerne mag. Und ich mag es sehr gerne, Videos aufzunehmen. Ich habe auch schon oft gesagt, dass ich es höchstwahrscheinlich tun würde, wenn ich kein Geld verdienen würde. Bloß, wenn ich die Option habe, Geld zu verdienen, warum dann nicht die Möglichkeit ausnutzen? Nochmal, ich würde halt das hier weitermachen. Ich würde es wahrscheinlich, wenn ich jetzt 0 Euro verdienen würde, würde ich es wahrscheinlich dennoch weitermachen, bloß einfach nicht auf dem Level, wie ich es derzeit tue. Ich würde wahrscheinlich weiter unterrichten, bloß irgendwo muss man halt schauen, wo man bleibt und dann wäre es wahrscheinlich eher, wenn YouTube zum Beispiel eines Tages nicht mehr existiert oder vielleicht nicht mehr profitabel ist oder was auch immer, wäre es wahrscheinlich dann wieder eine andere, wird es eine andere Videoplattform sein, wo ich Videos hochlade, sei es nur Dailymotion, sei es Kurse auf Udemy oder wo auch immer. Aber das A und O meines Erachtens ist halt wirklich, den Moment zu nutzen und zum Beispiel, wenn du jetzt die Chance hast, auf YouTube Geld zu verdienen und ich meine, ihr seht, die Chance ist da. Ihr könnt Ad Revenue generieren, ihr könnt Produkte verkaufen, ihr könnt Coachings verkaufen und so weiter und so fort, weil diese Option da ist, denke ich, solltet ihr sie nutzen und vielleicht ist sie in fünf Jahren nicht mehr da. Wer weiß. Und wenn man es dann nicht getan hat, dann, ja, beißt man sich in den Allerwertesten und denkt sich, mein Gott, warum habe ich es nicht gemacht? Zum Beispiel, denkt mal zurück an das Jahr 2010. Das ist zum Beispiel ein Jahr, an das ich mich sehr gut erinnern konnte und ich dachte mir damals, mein Gott, YouTube ist ja schon eine große Plattform, da gibt es ja eigentlich schon alles. Jetzt, neun Jahre später, denke ich mir, mein Gott, wieso habe ich nicht 2010 angefangen mit YouTube? Das wäre genial gewesen. Die YouTuber, die mir damals gigantisch vorkamen und die Plattform, die mir damals riesig vorkamen, von Videos, war natürlich auch groß, bloß ist jetzt im Gegensatz zu dem, was es jetzt wirklich ist, extrem klein gewesen. Das heißt also, mein Tipp ist an dich, versuche wirklich erstmal die Chance, die du jetzt hast zu nutzen, sei es nur mit Kindle-Büchern, sei es nur mit Udemy-Kursen, sei es nur mit YouTube-Videos, sei es mit Übersetzungen tätigen, auf Fiverr durchstarten und so weiter und so fort, weil du denkst dir vielleicht in zehn Jahren oder neun Jahren, jetzt wie mit YouTube, dass auf einmal diese Plattform, die damals so klein war, also jetzt so klein war, in neun oder zehn Jahren auf einmal gigantisch ist. Und zum Beispiel genau das Gefühl habe ich auch schon wieder bei YouTube. Ich glaube ganz ehrlich, dass der deutschsprachige Markt noch extrem unterbesetzt ist. Es gibt vielleicht im deutschsprachigen Bereich vielleicht 100 richtig gute Business-YouTuber, Maximum. Vielleicht in zehn Jahren haben wir 20.000 gute YouTuber im Bereich Business. Und das wie gesagt, wird sich immer mit der Zeit entwickeln. Heißt also, mein Tipp ist an dich, starte jetzt, versuche nicht die Dinge aufzuschieben. Wenn du auf YouTube einen Kanal starten möchtest, starte ihn auch heute, leg ihn an, es hält dich nichts davon ab. Wenn du im Gewerbe starten möchtest, und du möchtest Udemy-Kursen anbieten, mach es jetzt. Wie gesagt, in der Zukunft wird man immer zurückschauen und denken, warum habe ich es nicht getan? Aber wie auch immer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching-Buch möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Ich kriege immer mal wieder folgende Frage gestellt, nämlich, wenn ich euch nur einen einzigen Tipp geben könnte, welcher Tipp wäre dies? Diese Frage würde ich gerne hier in diesem Video beantworten. Ich kriege sie nämlich immer wieder und ich glaube, meine Antwort ist eigentlich relativ trivial darauf. Nämlich, die Antwort ist die folgende, wenn du Unternehmer bist, dann nimm niemals den Fuß vom Gas. Was ich genau damit meine, möchte ich euch an einer kleinen Anekdote erklären. Nämlich, im Jahr 2018 hatte ich so ein bisschen eine Durchhängerphase. Die endete ungefähr im November des Jahres 2018. Da ging es wieder richtig bergauf. Auch bloß davor, sag ich jetzt mal, Anfang, beziehungsweise Mitte 2018 bis hin zum November hatte ich einen richtig ordentlichen Durchhänger. Was ich damit meine, ist folgendes. Ich hatte mich einfach mal ein wenig zurückgelehnt. Ich hatte meine Kurse alle produziert und hatte beispielsweise auch Coachings gegeben und so weiter, sofort und ich guckte auf meinen Bankaccount und ich dachte mir, okay, das sieht alles super aus, die Einnahmen kommen rein, passives Einkommen, was willst du mehr? Und irgendwie habe ich es dann geschafft, in dieser Zeit mich einfach nicht mehr besonders anzustrengen. Und wenn ich da heute auf diese Zeit zurückdenke, denke ich mir, mein Gott, warum genau hast du das getan? Nämlich viele von euch wissen, dass ich im Jahr 2019 bisher extrem viele Kurse veröffentlicht habe und das hat auch einen Grund. Nämlich im Jahr 2018 sind meine Udemy-Einnahmen ganz schön zurückgegangen. Ich hatte für einige Zeit keine Kurse mehr produziert. Ich hatte mich zwar noch um die existierenden Kurse gekümmert, bloß ich glaube, in vielleicht so vier, fünf Monaten hatte ich vielleicht zwei Kurse oder so veröffentlicht. Das schaffe ich normalerweise insgesamt vielleicht in zwei Wochen oder so, weil ich derzeit ungefähr einen Kurs pro Woche publiziere. Und meine Einnahmen gingen auf einmal runter und ich merkte, oh Gott, diese passive Einnahmequelle, die ich mir über so viele Jahre aufbaute, schien langsam zu verschwinden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich das für mich anfühlte. Natürlich hatte ich viele, viele andere Einnahmequellen und es war halt einfach kein Problem, diese eine Einnahmequelle zu verlieren beziehungsweise es war kein Problem, dass sie halt geringer wurde. Es war aber halt die Einnahmequelle, die mir persönlich am wichtigsten war. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass meine liebste Einnahmequelle auf der gesamten Welt immer noch Udemy ist, weil Udemy die Plattform war, die mir überhaupt erst meine unternehmerische Karriere ermöglicht ist. Es war diese Plattform, die mir geholfen hatte, im Bereich E-Learning Fuß zu fassen. Genau deswegen werde ich der Plattform, ohne jetzt hier gesponsert zu sein, wirklich für immer dankbar sein. Und auf einmal, dass dieser Einnahmequelle runtergeht, war für mich so eine schreckliche Situation. Und genau deswegen hatte ich dann mich wieder auf den Hosenboden gesetzt und habe mir gesagt, so Leon, du produzierst jetzt wieder Kurse bis zum Gehtnichtmeer, versuchst deine Kurse besser zu machen als jemals zuvor, ausführlicher und so weiter und so fort. Und jetzt in den letzten, naja, sagen wir mal zehn Monaten habe ich halt extrem viele Kurse wieder publiziert und bin heute an einem Punkt, wo ich niemals vorher mit meinen Udemy-Einnahmen war. Und das macht mich sehr glücklich. Ich möchte euch das Ganze aus folgendem Grund erzählen. Nämlich, ich gebe ihr immer den Tipp oder sagen wir es mal so, das ist halt der eine Tipp, den ich euch geben möchte, wenn ich euch einen einzigen Tipp geben könnte, nämlich nimm niemals den Fuß vom Pedal oder vom Gas. Was ich damit meine, ist einfach folgendes, sobald du erfolgreich bist, sobald du erstmal dir einige passive Einnahmequellen aufgebaut hast, also es kommen, sagen wir mal, fünf oder zehn oder zwanzig oder dreißigtausend Euro im Monat rein und denkst dir, zwanzigtausend Euro im Monat davon kann ich ja machen, was ich möchte, das ist ja toll, da kann ich von in Urlaub fahren, da kann ich auch mal ordentlich Geld ausgeben, klar, die Hälfte ist ungefähr in Steuern weg, aber zehn Riesen ist doch immer noch ganz schön ordentlich, bloß auf einmal merkst du, dann mit der Zeit, whoops, diese Einnahmen werden wieder geringer und genau an diesen Punkt möchte ich nie kommen, ich möchte jeden Monat auf mein Konto schauen und möchte, beziehungsweise auf meine Einnahmen schauen und möchte sehen, dass ich jeden Monat gewachsen bin und erstmal, wenn du in diesem, sag ich jetzt mal, Strudel bist, dass es so ein bisschen nach unten geht, denkst du dir, da will ich auf jeden Fall wieder raus und genauso wie das war es wie gesagt auch bei mir, die große Rettung in Anführungsstrichen kam dann definitiv durch das Coaching-Programm, das ich launchte, wo ich dann sehr gute fünfstellige Einnahmen im November generierte und da wie gesagt war dann für mich wieder alles in Ordnung, bloß dennoch hat es mich immer so ein bisschen, war es ein bisschen problematisch für mich, dass ich halt diese Top-Einnahmequelle, einer meiner größten Einnahmequellen in Udemy, dass die halt, ja, einfach immer geringer wurde. Genau deswegen versuche ich mich immer dazu zu zwingen, viel zu arbeiten, das heißt, viel Kurse zu erstellen, viele Coachings zu geben, wirklich auch Leuten hinterher zu laufen, in Anführungsstrichen, und zu sagen, hey, wann wollen wir den nächsten Termin buchen, wann wollen wir zusammen das nächste Coaching machen, hättest du nicht Lust, diesen Kurs zu kaufen und so weiter und so fort, weil ich immer halt der Meinung bin, dass wenn du irgendwann mal den Fuß vom Gas lässt, dass du halt relativ bald merkst, mein Gott, die Einnahmen gehen runter und wenn du dich zu lange ausrußt, dann wie gesagt, ist das keine gute Sache. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, der jetzige Zeitpunkt, an dem ich, in dem ich derzeit bin, ist mit Abstand der beste Zeitpunkt, den ich jemals in meinem Unternehmen hatte und vor allen Dingen, ich werde in ein paar Tagen, vielleicht so ein, zwei Wochen, werde ich etwas verkünden, was denke ich mal, viele von euch sehr überraschen wird, weil ich praktisch mich von einem bestimmten Bereich zurückziehen werde, aber einen bestimmten anderen Bereich in mein Unternehmen mit einfließen lassen werde oder vielleicht sogar zu einem Großteil meines Unternehmens werden lasse, aber das erkläre ich euch relativ bald. Es ist wie gesagt der Punkt, wo ich sage, mein Gott, jetzt habe ich so viele Jahre auf dem Buckel, ich weiß, was ich tue, ich habe so viele Einnahmequellen aufgebaut, ich habe so vielen Leuten geholfen, es ist halt wirklich ein Punkt, wo ich sehr, sehr entspannt bin, aber dennoch halt nie versuche, den Fuß vom Gast zu nehmen. Das soll nicht heißen, dass ich gestresst bin, das soll nicht heißen, dass ich mich halt tot arbeite, obwohl ich das vielleicht tue, aber zumindestens ist es halt ein Punkt, wo ich sagen kann, nur ein Zustand, sag ich jetzt mal, in dem ich bin, der sehr, sehr produktiv ist, der mich aber auch sehr glücklich macht. Ich glaube grundsätzlich, du als Unternehmer solltest vor allen Dingen immer darauf achten, dass du dich durchgehend weiterentwickelst, dass du durchgehend neue Dinge lernst, dass du Einnahmequellen skalierst, dass du neue Einnahmequellen aufbaust, dass du, sagen wir mal, Mitgliederbereiche aufbaust und dort wiederkehrend Einnahmen generierst, dass du hier zum Beispiel eine Kurse anbietest auf Udemy, dass du anfängst, Bücher zu machen auf Kindle, dass du Coachings gibst, dass du irgendwelche bestimmten Programme launchst, vielleicht physische Events machst und so weiter und so fort. Nämlich, wenn du erstmal diese unterschiedlichen Einkommensströme kontrollierst, dann kannst du sie meines Erachtens auch skalieren. Und so ist es zum Beispiel auch bei mir. Übrigens im November 2018, als dann wieder das ganze Unternehmen halt sehr erblühte durch dieses Coaching-Programm und übrigens auch durch das T-Shirt-Business, was damals sehr, sehr gut lief, das war wie gesagt auch so der Punkt, wo ich dann wusste, gut, ich muss mich halt nicht mehr auf meine Udemy-Einnahmequellen oder meine Udemy-Einnahmequelle fokussieren. Ich kann jederzeit auch mal links und rechts schauen, bloß ich glaube, wenn ich du wäre, würde ich mir wirklich einen Konstant im Leben suchen. Such dir eine Sache, die für dich immer funktionieren muss. Und zum Beispiel mir ist es so, dass ich sage, gut, Udemy ist meine Lieblings-Einnahmequelle, ich liebe es, Online-Kurse zu erstellen und genau deswegen werde ich halt auch in großtermine Arbeit da reinstecken, komme, was wolle. Heißt also, nimm niemals den Fuß vom Gas, versuche grundsätzlich immer neue Produkte zu erstellen, dich weiterzuentwickeln und das in allen Belangen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich lerne sehr, sehr viel über das Thema Steuern, obwohl ich das Thema Steuern absolut hasse. Ich lerne viel darüber, wie du international leben kannst, wie du dich, sag ich jetzt mal, auch international besser aufstellen kannst. Ich lerne viel derzeit über Edelmetalle. Ich versuche grundsätzlich immer einen Schritt weiterzugehen und mich selbst weiterzuentwickeln. Das heißt, auch wenn es vielleicht anstrengender ist, auch wenn es vielleicht manchmal von eurer Perspektive aus ein wenig nervend ist, dass ich so viele Videos produziere oder dass ich so viele Kurse rausbringe oder dass ich versuche grundsätzlich immer zu verkaufen. Ich glaube, wenn ihr in der Situation seid, Unternehmer zu sein und ihr wisst ganz genau, wie es ist, wenn irgendwann mal die Einnahmen runtergehen, dann werdet ihr definitiv auch verstehen, warum ich immer so viel Arbeit in alles reinstecke, warum ich viele Videos mache, warum ich Kurse erstelle und so weiter und so fort. Wenn du also nun Unternehmer bist und du möchtest nicht in diese Situation geraten, dass auf einmal deine Einnahmen runtergehen und du in so einem kleinen Strudel nach unten bist, dann solltest du vor allen Dingen auf Folgendes achten, nämlich versuche dir jeden Tag Ziele zu setzen, dass du jeden Tag eine bestimmte Liste abarbeitest. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass ich mindestens 30 Videos am Tag auf Udemy publizieren möchte und ich habe mir jetzt nochmal als Ziel gesetzt, 4 bis 5 Videos am Tag jeden Tag auf YouTube zu publizieren. Ich gehe davon aus, dass es um ehrlich zu sein sehr, sehr viel mehr als 4 bis 5 Videos am Tag werden. Ich probiere wie gesagt aber weiterhin Einnahmenquellen out zu sourcen. Ich bastle übrigens derzeit an physischen Events, dass Leute wirklich zu mir kommen können beziehungsweise ich zu ihnen komme, dass wir richtige Konferenzen haben, nicht unbedingt große, vielleicht mit 20, 30 Leuten am Anfang. Ich habe sehr, sehr bald einen neuen Lebensabschnitt zu verkünden, den ich euch in ungefähr 1 bis 2 Wochen verkünden werde. Da werdet ihr sehen, dass das höchstwahrscheinlich eine sehr, 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 sehr große Einnahmenquelle werden wird. Ich werde übrigens alles wieder mit euch teilen, übrigens in diesem Falle werde ich sogar jegliche Einnahmen mit euch teilen. Das heißt, ich werde jegliche Einnahmen und Ausgaben auflisten, die ich bei diesem Projekt, sag ich jetzt mal, haben werde. Seid wie gesagt gespannt. Genau, ich kann nicht zu viel verraten, aber es kommt relativ bald. Das heißt, mein Tipp ist einfach an euch, entwickelt euch weiter, versucht niemals halt zu stoppen, wenn ihr zum Beispiel einen YouTube-Kanal habt. Ich weiß, das ist nicht die gängige Strategie. Bloß ich merke langsam bei mir, dass es sich wirklich lohnt, viele Videos zu produzieren. Ich merke auch bei Online-Kursplattformen wie Udemy, dass es sich wirklich lohnt, viel Arbeit reinzustecken, gute Kurse zu produzieren, sich durchgehend zu verbessern, steuerliches Wissen sich anzueignen und so weiter und so fort. Weil irgendwann fühlt man sich halt wirklich wie so eine Burg. Man ist halt sehr, sehr gut bewaffnet, kann aber auch ordentlich austeilen. Das heißt, in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich weiß ganz genau, wie ich mich schützen kann. Ich weiß aber halt auch, wie ich neue Einnahmequellen aufbaue und neue Einnahmen erziele. Und wenn du erstmal diese Dinge verstanden hast, wenn du erstmal weißt, wie so etwas funktioniert, dann wirst du meines Erachtens vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Vertrauen in deine unternehmerischen Fähigkeiten haben und hoffentlich auch nie wieder die Angst haben, eines Tages in einem Job sein zu müssen. Aber gut, heißt, wenn ich dir jetzt einen Schritt-für-Schritt-Plan geben würde, wäre dies der folgende, nämlich, wenn du Einnahmequellen hast, dann versuche vor allen Dingen halt wirklich dich, wenn diese Einnahmequellen groß sind und du von denen leben kannst, versuche dich wirklich auf die zu fokussieren, versuche diese Konstante in deinem Leben zu haben, dass du auf jeden Fall immer, jeden Tag an diesen Einnahmequellen arbeitest, versuche dann vor allen Dingen, dir auch jeden Tag etwas Zeit zu nehmen, um beispielsweise neue Dinge zu lernen, wie zum Beispiel, wie man bestimmte neue Einnahmequellen aufbaut, wie man, sag ich jetzt mal, Dinge versteuert und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, der zweite Punkt. Und vor allen Dingen der dritte Punkt, versuche halt wirklich, wenn du arbeitest, extrem effektiv zu arbeiten. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich halt mir ganz, ganz kleine Pausen manchmal nehme, dass ich einfach auch mal was tue, was mir selbst gefällt, aber ich versuche grundsätzlich sonst eher, meine Pausen zu minimieren, sodass, wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe fertig habe und ich weiß, dass ich danach eine nächste habe, dass ich halt wirklich probiere, diese Zeit zwischen den Aufgaben so klein zu machen, wie nur irgendwie möglich. Heißt also, mach mehr von dem, was funktioniert, setze dir selbst Regeln, halte dich an diese Regeln und dann wirst du definitiv auch als Unternehmer erfolgreich werden. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne eine Frage klären, die ich immer wieder bekomme, nämlich warum genau glaube ich denn tatsächlich so sehr daran, dass mehrere Einkommensströme sich mehr lohnen als ein einziger? Nämlich einige Leute sagen immer wieder zu mir, Leon, konzentriere dich doch lieber auf einen einzigen Einkommensstrom. Früher war das noch viel heftiger, da habe ich dauernd irgendwelche Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, ah Leon, es macht doch keinen Sinn, sich so viele Einkommensströme aufzubauen. Es ist doch besser, seine ganze Konzentration nur auf einen einzigen Einkommensstrom wirklich auch konzentriert und dort halt sein Bestes gibt. Und die Sache ist die folgende, nämlich wenn du beispielsweise nur einen einzigen Einkommensstrom hast und das habe ich jetzt bei einigen Leuten gesehen, die sich zum Beispiel ein T-Shirt-Business aufgebaut haben, die haben zuallererst angefangen, wirklich viele T-Shirts hochzuladen und sie haben den Erfolg gesehen und merken auf einmal, mein Gott, damit kann ich richtig gutes Geld verdienen, bloß dann als beispielsweise jetzt am Anfang des Jahres die Einnahmen runterging, war es bei vielen Leuten so, dass die sich auf einmal gedacht haben, oh Mann, was mache ich denn eigentlich, wenn sich das Ganze nicht mehr lohnt. Die Einnahmen sind jetzt, auch bei meinem eigenen T-Shirt-Business, wieder ordentlich nach oben gegangen, ich weiß, dass es bei anderen Leuten auch so ist, bloß wenn du erstmal einmal in der Situation warst, dass die Einnahmen sehr weit nach unten gegangen sind und du möglicherweise kurz davor bist, sag ich jetzt mal, deine Miete nicht mehr zahlen zu können oder was auch immer, zum Glück war ich nie in solch einer Situation, aber ich weiß von vielen Leuten, dass sie in solch einer Situation sind, wenn du erstmal dort warst, dann wirst du dir höchstwahrscheinlich denken, mein Gott, hätte ich doch lieber mehr als einen einzigen Einkommensstrom aufgebaut. Und ich persönlich habe die folgende Ideologie, nämlich wenn ich einen Einkommensstrom aufgebaut habe und ich weiß ganz genau, wie der Hase läuft, dann fange ich direkt mit dem Nächsten an und versuche, den alten Einkommensstrom irgendwie halt zu automatisieren. Ich denke, einige von euch werden sich dann sicherlich fragen, Leon, wieso machst du denn so viele YouTube-Videos noch, wenn du ja weißt, dass das Ganze funktioniert, warum genau machst du immer noch deine ganzen Online-Kurse? Das liegt vor allen Dingen daran, dass natürlich bei solchen Einkommensströmen die Leute sich an dich, sag ich jetzt mal, gewöhnt haben, beziehungsweise wollen dich sehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt andere Leute meine Kurse machen lassen würde, würden natürlich auch meine Schüler sagen, was wäre es denn das jetzt? Das will ich doch gar nicht sehen. Bei aber zum Beispiel einem T-Shirt-Business oder zum Beispiel bei einem Icon-Business oder zum Beispiel auch bei anderen Dingen wie Blogschreiben oder mit AdSense, die sie monetarisieren oder beispielsweise das Hochladen von Blogs auf Plattformen wie BlogMission und so weiter und so fort. Das sind alles Einkommensströme, die man sehr, sehr gut automatisieren kann. Und jetzt kommt natürlich der wichtige Punkt, nämlich wenn du beispielsweise viele Einkommensströme dir aufbaust, hast du natürlich nicht nur zum einen Sicherheit, sondern du musst gar nicht mehr Arbeit rein investieren. Und ich glaube, so über die letzten Monate sind viele von diesen Stimmen verstummt, die mir damals sagten, na, du solltest nicht so viele Einkommensströme aufbauen, weil ich nämlich jetzt haufenweise Einkommensströme habe, die mir vierstellige beziehungsweise fünfstellige Summen jeden Monat einbringen. Ich habe einige Einkommensströme, die machen mir vielleicht ein paar hundert, andere dafür, die machen mir ein paar tausend, andere machen mir halt über 10.000 Euro im Monat. Und indem ich halt diese unterschiedlichen Einkommensströme habe, kann ich mich nicht unbedingt zurücklehnen, weil ihr wisst, ich werde mich höchstwahrscheinlich nie zurücklehnen. Ich weiß nicht genau, ob ich jemals wirklich in Rente gehen werde oder was auch immer, aber zumindest noch für viele, viele Jahre werde ich euch erhalten bleiben, falls das irgendjemand sich jemals gefragt hat. Aber bei mir, wie gesagt, ist immer eine Ideologie, dass wenn ich eine Sache fertig habe, fange ich direkt mit der nächsten an. Weil nicht vergessen, wenn du erstmal einen einzigen Einkommensstrom dir aufgebaut hast und diesen steuerlich geklärt hast und du ganz genau weißt, wie der Hase läuft, kannst du diesen automatisch sich skalieren lassen, indem du halt eine Person die Arbeit übernehmen lässt. Oder du machst einfach mit diesem einen Einkommensstrom weiter und versuchst einen anderen Einkommensstrom auch zu sourcen und versuchst immer halt deinen Fokus darauf zu richten, durchgehend halt abzuliefern, neue Einkommensströme aufzubauen. Es ist natürlich aber auch kein Beinbruch, wenn du einfach mal vor einiger Zeit in einem einzigen Einkommensstrom sitzt und du möglicherweise simultan keine weiteren anderen Einkommensströme neu aufbaust. Aber nochmal, der Schritt-für-Schritt-Prozess wäre der folgende. Nämlich überlege, welche unterschiedlichen Einkommensströme gibt es. Ich denke jetzt hier auf diesem Kanal werdet ihr schon sehr, sehr viele Einkommensströme kennengelernt haben. Sobald du dir einen Einkommensstrom ausgesucht hast, der dich interessiert, der dir wirklich gefällt, versuche halt alles zu diesem Einkommensstrom zu lernen. Das heißt, versuche wirklich mal im Internet zu schauen, welche Dinge gibt es, welches Wissen kann ich dazu finden, weiß ich, dass es funktioniert. Und sobald du weißt, dass es funktioniert, weil andere Leute damit auch schon Geld verdienen, dann überlege dir, was machen diese Leute richtig und vor allen Dingen, was tun diese Leute, um so viel Geld zu verdienen mit diesem bestimmten Einkommensstrom. So habe ich das bei Udemy gemacht, so habe ich das bei Kindle gemacht, so habe ich das beim Icon-Business, beim T-Shirt-Business und so weiter und so fort gemacht. Und ich sage beispielsweise, bei Udemy war damals meine Inspiration Benjamin Wilson, dem ich heute übrigens immer noch sehr dankbar bin und den ich ziemlich genau in einem Monat treffen werde. Oder zum Beispiel, im T-Shirt-Business, muss ich ehrlich zugeben, war das Aaron von Homo Ökonomicus, der mich damals sehr darauf aufmerksam macht und ich dachte mir, mein Gott, wenn der so viel macht, dann kann ich das auch. Beim Icon-Business bin ich selbst drauf gekommen oder ich glaube, über die Plattform Icon Utopia, glaube ich, hatte ich mal ein bisschen was drüber gelesen, aber das, wie gesagt, war Teil vom Research. Bei Kindle bin ich auch drauf gekommen, über einen Freund, nämlich Christoph, der mich damals inspiriert hatte, dort, wie gesagt, auf Kindle anzufangen, beispielsweise ein Coaching-Business zu starten, das kam auch durch einen guten Freund und so weiter und so fort. Ich habe mir also praktisch Leute gesucht, die damit schon Erfolg haben, die ganz genau wissen, wie der Hase läuft, habe mich mit denen unterhalten beziehungsweise habe mit diesen Leuten ein Coaching gebucht oder mir ihre Produkte gekauft, habe dann mir diesen Einkommensstrom aufgebaut und sobald ich wusste, wie der Hase läuft, habe ich dann mein Wissen weitergegeben, zum Beispiel auch in Kursen, in Coachings oder was auch immer und habe natürlich auch, soweit es ging zumindest, diese Einkommensströme automatisiert. Das heißt, jetzt habe ich haufenweise Einkommensströme vor mir liegen, ich kann durchgehend diese Einkommensströme verwenden, um Geld zu verdienen, ich weiß ganz genau, wie der einzelne Einkommensstrom funktioniert und vor allen Dingen, ich glaube, das ist das A und O, ich habe mir dadurch eine extreme Sicherheit geschaffen. Genau deswegen bin ich ja soweit und sage, ich habe zum Beispiel als Gründer nicht unbedingt mehr Angst davor, kein Geld zu verdienen, weil ich so oder so weiß, dass höchstwahrscheinlich immer irgendwo Geld herkommen wird und selbst wenn zum Beispiel drei, vier, fünf Einkommensströme wegbrechen sollten, wüsste ich zumindest auch noch, wo ich Geld herbekomme beziehungsweise könnte meine anderen Einkommensströme einfach weiter anfeuern, dort mehr Zeit investieren, um dort aus diesen Einkommensströmen dann auch wieder mehr Geld rauszubekommen. Das heißt, die Devise ist die folgende, versuche dir nicht nur einen einzigen Einkommensstrom aufzubauen, sondern mehrere Einkommensströme aufzubauen. Versuche zu klären, wie das Ganze steuerlich abläuft, versuche ganz genau zu klären, wie tatsächlich diese Einkommensströme aufzubauen ist, das heißt, versuche alles zu diesem Einkommensstrom herauszufinden und dann, wenn du das getan hast, bau den auf bis zum Geht nicht mehr, versuche ihn zu automatisieren und dann wirst du mit der Zeit viel mehr Sicherheit haben, sehr gutes Geld verdienen können, wirst beispielsweise auch, wenn das Online-Einkommensströme sind, einen wirklich freien Lebensstil haben können. Viele von euch wissen, dass ich relativ bald relativ viel reisen werde und vor allen Dingen ist das A und O beim Reisen, dass du die Sicherheit hast, nicht unbedingt diese Reise enden zu lassen und genau deswegen freue ich mich immer so darüber, dass ich so viele Einkommensströme habe, die mir durchgehend Geld einbringen. Wenn du dir auch Einkommensströme aufbauen möchtest, wenn du im Internet Geld verdienen möchtest, wenn du ein ortsunabhängiges Unternehmen aufbauen möchtest, in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich würde mich sehr, sehr freuen, mit dir darüber zu sprechen, wie ich dir Geld machen kann oder wie du dir selbst Geld machen kannst durch meine Anleitung. Ich habe viele, viele Einkommensströme aufgebaut und vor allen Dingen kann ich dir gerne in unserem persönlichen Gespräch zeigen, wie du auch solche Einkommensströme aufbauen kannst. Aber gut, vielen, vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Kleine Veränderungen im Short-Term können zu großen Veränderungen im Long-Term führen. Über dieses Thema würde ich gerne mit dir heute hier in diesem Video sprechen. Derzeit probiere ich wieder, mein Leben zu optimieren und das in allen Belangen, vor allen Dingen natürlich aber auch im Belang Unternehmertum und Geld verdienen. Und genau diese Herangehensweise erinnert mich an die Zeit, als ich mein Unternehmen startete. Für all die Leute, die jetzt mich nicht kennen beziehungsweise die meine Geschichte nicht kennen, ich hatte mein Unternehmen während des Abis gestartet. Ich hatte praktisch probiert, jede einzelne Sekunde meines Abis so effektiv wie nur unmöglich zu nutzen. Ich hatte damals mein Abi jetzt ohne irgendwie angeben zu wollen oder was auch immer. Als Jagen das Beste abgeschlossen, hatte aber auch zur selben Zeit ein Unternehmen aufgebaut. Und das konnte ich nur, indem ich halt meine Zeit extrem effektiv genutzt habe. Und um euch das Ganze mal so ein bisschen zu erklären, ich hatte damals während meines Abis zum Beispiel in 5 Minuten Pausen, hatte ich PowerPoint-Präsentationen geschrieben, die ich dann später verwendete, um meine Kurse aufzunehmen. Oder beispielsweise, hatte ich die Zeit genutzt, die ich im Bus saß, um kleine, sag ich jetzt mal, Präsentationen zu schreiben, Stichpunkte zu machen und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel, habe ich dann die Mittagspause genutzt, um neue Videos aufzunehmen. Ich habe ein riesiges Mikrofon mit in die Schule geschleppt, habe mich in einem Raum eingeschlossen, habe mein Mikrofon hingestellt, eingestöpselt in den Laptop und habe angefangen, Kurse aufzunehmen. Da bin ich mir noch auf dem Weg zurück, habe ich Videos geschnitten und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe wirklich probiert, die Zeit während meines Abis so effektiv zu nutzen, wie auch irgendwie möglich. Und in den letzten Monaten ist mir Folgendes aufgefallen, nämlich nicht unbedingt, dass ich fauler geworden bin, nein, keinesfalls, bloß die Zeit, die ich damals so effektiv nutzte, so effektiv nutze ich sie heute nicht mehr. Auch wenn viele von euch vielleicht denken, dass ich sehr produktiv bin und dass ich viele Produkte rausbringe, was sicherlich auch stimmen mag, bloß für mich persönlich ist Folgendes wichtiger geworden, nämlich ich versuche halt, die Zeit, die ich habe, so effektiv zu nutzen, wie auch irgendwie möglich. Und bisher war mein Fokus nicht unbedingt die Zeit, so wirklich effektiv zu nutzen, sondern jeden Tag bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel so etwas wie drei YouTube-Videos am Tag, 30 Udemy-Videos und so weiter und so fort. Bloß, ich habe mich nicht wirklich dahin gepusht, wo ich sein könnte. Und genau das probiere ich jetzt wieder zu tun. Das heißt, für mich ist jetzt das A und O zu sagen, gut, ich optimiere jede Minute meines Tages. Ich weiß, ich will nicht unbedingt, dass ihr das tut und ich möchte auch nicht, dass ihr dem Workaholismus verfallt. Bitte, bitte, bitte tut das nicht. Das ist nur eine Geschichte, die ich mache. Ich möchte euch einfach mit diesem Video aber erklären, warum das Ganze sehr sinnvoll sein kann. Was bei mir jetzt auf der Tagesordnung steht, ist zu schauen, welche Minuten ich jeden Tag habe, die ich derzeit wirklich nicht nutze. Das soll jetzt nicht unbedingt heißen, das sind Minuten, in denen ich mich entspanne oder was auch immer. Zum Beispiel Minuten, in denen ich mich entspanne, das ist vollkommen in Ordnung, das sollte man grundsätzlich haben. Aber die Minuten, die Stunden, die man wirklich nicht effektiv verwendet, diese versuche ich jetzt effektiver zu verwenden und natürlich auch meinen Fortschritt zu messen. Weil wenn ich an die Zeit von damals zurückdenke, fällt mir vor allen Dingen Folgendes auf. Damals habe ich es geschafft, während meines Abiturs, und ich meine, ich bin auf einer Ganztagsschule gegangen, ich habe von morgens bis abends in der Schule gesessen, habe ich es dennoch geschafft, einen Kurs am Tag rauszubringen. Nicht pro Woche, nicht pro Monat, nicht pro Jahr, sondern einen Kurs am Tag. Und das Gute ist, ihr könnt es sogar nachschauen, ich habe tatsächlich alle diese Kurse noch online. Und ich habe, wie gesagt, es damals geschafft, einen Kurs pro Tag zu erstellen, das war meistens drei bis vier Stunden Content. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin um sieben Uhr morgens, bin ich losgefahren zur Schule, bin abends wiedergekommen, um meistens 18 Uhr, hatte dann noch Hausaufgaben und war vielleicht fertig um ungefähr 21 Uhr. Und dann habe ich halt die Nacht dafür genutzt, meine Videos zu schneiden, hochzuladen und so weiter und so fort. Ich habe natürlich schon in der Schule während der Mittagspause aufgenommen, in den fünf Minuten Pausen habe ich Präsentationen geschrieben, im Bus habe ich geschnitten und so weiter und so fort. Und so hatte ich es schon während der Schule geschafft, mir ein sechsstelliges Einkommen aufzubauen. Und ich denke ganz ehrlich, dass das jede Person von euch auch kann, wenn ihr halt bloß gewillt seid, extrem hart und sehr, sehr effizient zu arbeiten. Und jetzt natürlich, wo ich das Ganze auf einem ganz anderen Level tue, wo ich sagen kann, okay, meine Einnahmen sind extrem gewachsen, ich kann auch, sag ich jetzt mal, auf viel, viel mehr Wegen Geld verdienen, versuche ich natürlich jetzt nochmal so ein bisschen meine Zeit zu quetschen, auszuquetschen, was in dieser Zeit drinsteckt. Und das, wie gesagt, ist das Ziel jetzt. Nämlich jetzt probiere ich wieder, die Minuten oder die Stunden, die ich jeden Tag habe, so zu nutzen, dass ich sie möglichst effektiv nutze. Und das nicht nur hinsichtlich Unternehmertum, sondern allen Dingen im Leben. Und wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke von damals, dann hätte ich mir gewünscht, dass ich die letzten Jahre so effizient gearbeitet hätte, wie ich es damals während des Abis getan hätte. Weil wenn ich genauso effizient gearbeitet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute an einem ganz, ganz anderen Punkt. Bloß das heute, sag ich jetzt mal, der Moment, den ich jetzt gerade hier habe, ist natürlich auch wieder ein Moment, an den ich mich vielleicht eines Tages zurückerinnern werde. Und vielleicht in zwei Jahren werde ich sagen, mein Gott, hätte ich doch mal ab diesem Punkt effizienter gearbeitet, dann wäre ich jetzt dann, also in zwei Jahren, an einem weit, weit erfolgreicheren Punkt. Zum Beispiel eine Sache fällt mir immer wieder auf und die motiviert mich, Dinge jetzt sofort zu tun. Zum Beispiel im Jahre 2010. Im Jahre 2010 hatte ich meine erste eigene Facebook-Seite aufgebaut und einen YouTube-Kanal. Das war noch vor meiner unternehmerischen Laufbahn. Und ich dachte mir schon damals, naja, Facebook ist ja eigentlich ziemlich voll, da wird es ja schon viel zu viel Konkurrenz geben und YouTube, da sind ja auch schon so viele große YouTuber, das macht ja alles keinen Sinn mehr. Wenn ich überlege, wenn ich aber vor acht Jahren damals eine ordentliche Facebook-Seite aufgebaut hätte, einen ordentlichen YouTube-Kanal und ich den acht Jahre lang weitergeführt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich heute nicht 3.340 Abonnenten, sondern hätte vielleicht, sagen wir mal, 100.000 Abonnenten oder was auch immer. Das heißt, das A und O ist es Veränderung jetzt sofort durchzuführen und diese Veränderung auch wirklich strukturell vorzunehmen, sodass es nicht eine Veränderung ist, die einmal passiert, sondern dass du halt praktisch eine Änderung durchführst, die du jeden Tag durchführst. Und so ist es wie gesagt auch bei mir. Ich versuche derzeit, meine Morgenstunden sehr effektiver zu nutzen, weil zum Beispiel der Morgen, muss ich euch ehrlich zugeben, ist bei mir die unproduktivste Zeit. Nämlich das ist die Zeit, wo ich beispielsweise Frühstück esse, wo ich sage, na gut, dann gucke ich mal noch ein paar YouTube-Videos und ja, ich mache solche Dinge auch. Ich sitze auch mal rum und tue nichts und das passiert bei mir derzeit relativ oft am Morgen. Das sind jetzt nicht unbedingt vier, fünf Stunden, die ich da sitze, aber eine Stunde kommt da bestimmt zusammen. Und ich habe sehr großen Gefallen daran, mehr zu schaffen. Ich liebe es, wenn ich irgendwie nach vorne komme und genau diese Zeit am Morgen versuche ich nun zu optimieren. Übrigens, ich nehme dieses Video derzeit hier um 5.50 Uhr auf, das heißt, ihr wisst, ich bin derzeit dabei, mir morgen zu optimieren. Und diesen Tipp kann ich halt auch an euch weitergeben. Ich möchte nicht, dass ihr Workaholics werdet. Ich möchte nicht, dass ihr extrem früh aufsteht und Videos aufnehmt oder was auch immer. Bloß, ich möchte eine Sache. Ich möchte, dass ihr eure Zeit effektiv nutzt. Weil, wenn ich zurückdenke, wäre es das Beste, die beste Entscheidung gewesen, meine Zeit noch effektiver zu nutzen. Und glaub mir, ich nutze schon meine Zeit effektiv. Bloß, wenn ich noch nur dieses Quäntchen mehr rausgeholt hätte, dann hätte ich heute höchstwahrscheinlich noch sehr größten Erfolg gehabt. Nämlich, 5% mehr zu geben, weil du dir dann 5% mehr Gewinn machst. Nein. Wenn du beispielsweise 5% mehr gibst jeden Tag oder 10% oder 1% oder was auch immer, dann ist das irgendwann mit der Zeit ein exponentieller Prozess. Das heißt, du wirst nicht einfach nur 5% jeden Tag mehr verdienen oder 5% sag ich jetzt mal im Monat mehr verdienen oder im Jahr mehr verdienen oder was auch immer, sondern du wirst halt irgendwann sehr, sehr viel mehr Prozent verdienen. In meinem Fall ist es ja zum Beispiel auch so, wenn ich dran denke, die ersten Monate in meinem Unternehmen, ich habe vielleicht, ich glaube im ersten Monat sowas wie 40 Euro gemacht, im zweiten 170, im dritten wieder 40. Wenn ich da aufgegeben hätte und ich hätte gesagt, naja gut, das lohnt sich ja alles gar nicht für mich, dann wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Und wenn ich aber daran gedacht hätte, vielleicht meine Zeit damals noch effektiver zu verwenden, dann wäre ich heute wahrscheinlich, wie gesagt, noch erfolgreicher, hätte noch mehr Geld verdient und das hätte mich auch sehr gefreut. Nämlich nochmal, ich liebe es, Fortschritt zu machen, ich liebe es, einen Schritt nach vorne zu gehen und mich selbst weiterzuentwickeln. Ich versuche auch übrigens derzeit mehr auf meine Gesundheit zu achten. Viele von euch wissen, dass ich derzeit viel am Reisen bin, dass ich sehr, sehr viele neue Unternehmen derzeit am Aufbauen bin. Kommt eine Marketingagentur wieder, weil bisher habe ich es ja so gemacht, dass ich nur bei anderen Leuten mitgeholfen habe, eine Agentur aufzubauen. Jetzt kommt bald meine eigene Marketingagentur, die ein komplett anderes Konzept haben wird, als meines Erachtens jede andere Marketingagentur, von der ich jemals gehört habe. Es geht vor allen Dingen halt in die Richtung Allround-Paket. Das wird ein sehr interessantes Konzept werden. Ich arbeite derzeit an etwas, ja, das nennt sich Viral Vertical. Das wird praktisch eine Firma sein, die viralen Content herstellt. Ich habe noch ein paar andere Dinge, an denen ich derzeit arbeite. Verrückte Dinge, sehr interessante Dinge, die ich alle mit euch teilen werde. Ich arbeite nochmal an neuen Kursplattformen. Ich bin derzeit mit einem Reseller am Arbeiten und so weiter und so fort. Ich habe neue YouTube-Sponsoren. Es kommt sehr, sehr viel. Und indem ich jetzt merke, dass wenn ich meine Zeit optimiere, dass ich all diese Dinge zur selben Zeit tun kann, merke ich natürlich auch, dass ich meine Einnahmen extrem erhöhen kann. Und ich glaube, ihr merkt sowieso in der letzten Zeit, ich bin relativ happy. Das liegt vor allen Dingen daran, dass derzeit alles sehr gut läuft. Und das, wie gesagt, dieses Gefühl möchte ich nicht verlieren. Also, mein Tipp ist an dich der folgende, beziehungsweise der Aktionsplan ist an dich der folgende, dass du zuallererst mal identifizierst, welche Dinge du in deinem Leben optimieren kannst, welche Zeiten du in deinem Leben optimieren kannst. Dein zweiter Punkt ist tatsächlich, diese strukturell zu ändern, strukturell zu verbessern, dass du wirklich halt diese Zeiten, diese Tage effektiver nutzt. Und vor allen Dingen, das ist der dritte Punkt, du solltest dir etwas suchen, das du auch optimieren kannst. Oder beziehungsweise solltest du dir etwas suchen, das du in dieser Zeit tun kannst, die du optimierst. Weil wenn du beispielsweise nur halt hart arbeitest, beziehungsweise halt in dieser Zeit nichts tust, was Wert hat, dann macht es auch keinen Sinn, diese Zeit zu optimieren. Bloß, wenn du, wie gesagt, etwas tun kannst, was dir im Leben weiterhilft, zum Beispiel mehr Kurse erstellen oder YouTube-Videos aufnehmen oder Bücher schreiben oder Coachings geben oder deine Agentur optimieren oder was weiß ich, dann, wie gesagt, nutze diese Zeit. Versuche sie zu optimieren und versuche einfach mehr aus deiner Zeit rauszuholen. Das, denke ich, ist das A und O. Gut, das war es dann aber nun hier für dieses Video. Mein Tipp, wie gesagt, an euch ist einfach, dass ihr euch nicht totarbeiten solltet. Bitte, bitte tut das nicht. Versucht nicht, das hier als Moral aus diesem Video zu nehmen. Es ist für mich einfach nur sehr wichtig, dass ich praktisch meine Zeit optimiere und wenn ich, wie gesagt, an die Vergangenheit denke, wenn ich an die Zeit denke, die ich nicht so effizient genutzt habe, wie ich sie hätte nutzen können, dann denke ich mir, mein Gott, wenn ich sie doch effizient genutzt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich noch an einem anderen Punkt, obwohl ich natürlich auch sehr zufrieden bin mit der Situation, in der ich mich derzeit befinde. Also gut, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentarsektion. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann geht gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm, wenn du dir ein Online-Business aufbauen möchtest. Wenn du Geld verdienen möchtest im Internet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir dein Vertrauen schenken würdest. Der Link, wie gesagt, zum Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. In diesem Video würde ich gerne mit dir über das Thema Mini-Gewohnheiten sprechen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video hier helfen kann, effektiver und produktiver zu werden und grundsätzlich mehr umzusetzen. Ich habe immer folgendes Gefühl, sehr, sehr viele Leute schultern sich viel zu viele Dinge auf. Das heißt, ihr sagt euch beispielsweise, ich möchte zwölf Stunden heute arbeiten und mal so richtig viel schaffen, auch richtig viel Geld verdienen und dann morgen zum Beispiel werde ich nochmal 14 Stunden arbeiten und dann die gesamte nächste Woche werde ich 13 Stunden arbeiten und so weiter und so fort, um einfach halt mal wirklich Dinge fertig zu bekommen. Ich denke, viele von euch hatten noch sicherlich während der Schulzeit oder während der Zeit in der Universität genau dasselbe Problem, dass man sich beispielsweise sagt, naja, ich fange dann erst irgendwann vielleicht vier, fünf Tage vor der Arbeit an zu lernen oder möglicherweise einen Tag vorher oder möglicherweise in derselben Nacht noch. und man sagt sich dann, naja, die ganzen Dinge, das kriege ich schon irgendwie hin. Wenn ich halt dann bloß nur 10, 12 Stunden arbeite, dann schaffe ich es, die ganze Vorbereitung vielleicht in sieben Tage reinzudrücken. Und was die meisten von euch dann sicherlich, ja, soll ich jetzt mal gesehen haben oder was ihr gemerkt habt, ist, dass man diese ganzen Dinge nicht innerhalb von diesen 10 beziehungsweise 12 Stunden schafft oder dass es selbst vor allem noch nicht mal möglich ist, 10 oder 12 oder 15 oder 16 Stunden konzentriert zu arbeiten und tatsächlich die Vorbereitung so durchzuführen, dass sie effektiv ist. Und das bringt uns zu folgendem Punkt, nämlich in meinem Fall ist es so, wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, Leon, kannst du einen Marathon rennen? Würde ich sagen, nein, ich kann natürlich keinen Marathon rennen. Wenn du mir vielleicht 24 Stunden gibst, dann vielleicht. Aber weil ich einfach derzeit untrainiert bin, würde ich es höchstwahrscheinlich nicht hinbekommen. Wenn du aber mir jetzt Vorbereitungszeit geben würdest, sagen wir mal zum Beispiel 3, 4 Monate, dann würde ich dir mit relativ großer Sicherheit sagen können, ja, das kriege ich schon irgendwie hin in vielleicht einer relativ anständigen Zeit. Dasselbe ist es jetzt aber auch hinsichtlich der Produktivität. Nämlich, wenn du dir zum Beispiel sagst, heute arbeite ich 10 Stunden, morgen arbeite ich 12, dann arbeite ich 16 und so weiter und so fort, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht so, dass du das tatsächlich hinbekommst, sondern du wirst nach dem ersten oder zweiten Tag schon sagen, boah, ich habe einfach keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, ich will ausschlafen, ich will heute mal nicht arbeiten, mir macht das Projekt keinen Spaß mehr und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es, uns so vorzubereiten, produktiv zu sein. Also wirklich, um produktiv sein zu können. Und bei mir ist es so, dass ich immer mit einem absoluten und einem absoluten Minimum und einem absoluten Maximum arbeite. Nämlich, wir müssen uns fragen, wenn ich beispielsweise produktiv werden möchte, dann müssen wir zuallererst so einen kleinen, graduellen Prozess entwickeln. Nämlich, wir müssen uns überlegen, okay, wie schaffen wir es, uns vorzubereiten auf einen Arbeitstag von 12 Stunden. Klar, indem wir beispielsweise sagen, wir arbeiten am ersten Tag vielleicht 2 Stunden, dann am nächsten Tag 3 Stunden, dann für ein paar Tage 3 Stunden, dann möglicherweise 4 Stunden, dann für ein paar Tage wieder 4 Stunden, dann 5 Stunden und so weiter und so fort, dass es halt graduell nach oben geht. Dasselbe ist es auch bei einem Marathonläufer. Wenn du beispielsweise noch überhaupt nicht trainiert bist und du sagst, ich würde aber gerne sagen, in einem halben Jahr einen Marathon rennen, fängst du vielleicht an mit 3 Kilometer rennen. Dann rennst du das für ein paar Tage, dann machst du vielleicht 5 Kilometer draus. Dann rennst du das ein paar Tage, machst daraus vielleicht 7 und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt praktisch so einen graduellen Prozess, eine kleine Leiter oder eine kleine Treppe, die du immer weiter nach oben gehst. Und es gibt natürlich immer ein absolutes und ein relatives Maximum und Minimum. Was damit gemeint ist, ist folgendes. Nämlich, die Frage ist, wenn man beispielsweise jetzt arbeitet, wie drückt sich das Ganze hinsichtlich absoluten Maxima und Minimas aus? Nämlich, was ist das Maximum an Arbeit, das man an einem Tag schaffen kann und was ist das Minimum? Klar, das Minimum liegt bei 0 Stunden. Du kannst nicht negativ Arbeit verrichten. 0 Stunden sind halt einfach 0 Stunden. Du hast an diesem Tag nicht gearbeitet. Dann das Maximum in diesem Fall wäre natürlich 24 Stunden. Du hast für diesen Tag die volle Zeit ausgenutzt und den gesamten Tag gearbeitet. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, welche relativ Minima und Maxima definieren wir. Nämlich, beispielsweise könnte ein relatives Minimum sein, sowas wie, sagen wir mal, 2 Stunden. Das heißt, das Minimum, das du immer arbeiten musst, jeden Tag, sind 2 Stunden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Tag 10 Stunden arbeitest, dann bist du über diesem relativen Minimum. Wenn du am nächsten Tag dich müde fühlst und du schaffst vielleicht nur 3 Stunden, bist du dennoch über diesem Minimum. Und du versuchst nicht jeden Tag mehr zu arbeiten, zum Beispiel am ersten Tag ungefähr eine Stunde, am zweiten, zwei Stunden, am dritten, drei Stunden, sondern du versuchst, dieses relative Minima immer weiter anzuheben. Das heißt, das relative Minimum ist hier das A und O. Wir definieren nicht, wie viele Stunden wir am Tag arbeiten und versuchen daraus einen graduellen Plan zu machen, sondern probieren dann wirklich einen graduellen Plan aus diesem relativen Minimum zu machen. Das heißt beispielsweise, wir sagen uns, okay, für die erste Woche, da haben wir ein relatives Minimum von vier Stunden. Wir versuchen aber jeden Tag unser Bestes zu geben. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel am ersten Tag zehn Stunden. Dann sind wir müde am nächsten Tag und sagen, ach Gott, sagen wir mal, ein relatives Minimum liegt, wie gesagt, bei drei, vier Stunden oder sagen wir mal, bei drei Stunden. Und am nächsten Tag schaffen wir es vielleicht, fünf Stunden zu arbeiten, dann sind wir dennoch über dem relativ Minimum drüber. Dann den Tag darüber, danach sind wir wieder superproduktiv und wir arbeiten auf einmal vierzehn Stunden. Das heißt, wir sind wieder, wieder über diesem relativen Minimum. Bloß an dem Tag da drauf, sind wir ultra kaputt, wir können nicht mehr und sagen uns, naja, gut, ich arbeite heute wirklich nur drei Stunden. Kein Problem. Du bist immer noch bei diesem relativen Minimum. Und jetzt ist natürlich die folgende Frage, nämlich, wie genau schaffen wir es jetzt, produktiver zu werden? Wir probieren einfach nur folgendes zu machen, wir probieren dieses relative Minimum immer weiter zu heben, sodass man halt sagt, ich muss auf jeden Fall jeden Tag eine Summe oder eine Zahl x, sag ich jetzt mal, arbeiten, zum Beispiel drei Stunden oder vier Stunden oder fünf Stunden oder eine Stunde oder zehn Stunden oder was auch immer. Das A und O ist natürlich, dass du zu dir selbstehrlich bist. Nämlich, wenn du beispielsweise merkst, okay, ich habe ein relatives Minimum von zehn Stunden gesetzt und du kriegst es einfach nicht jeden Tag hin, dann kannst du nicht dieses Minimum setzen. Das heißt, das A und O ist wirklich ein objektives Minimum zu setzen, das objektiv die Situation, sag ich jetzt mal, beschreibt. Nämlich, wenn du beispielsweise nicht zehn Stunden am Tag arbeiten kannst, solltest du kein relatives Minimum haben von zehn Stunden. Das heißt, du solltest vielleicht eher, sagen wir mal, ein relatives Minimum von fünf Stunden haben. Und wenn du merkst, okay, das hast du hinbekommen, dann versuch das relative Minimum irgendwann mal zu heben auf fünf Stunden, 30 Minuten, dann irgendwann mal auf sechs Stunden und so weiter und so fort. Ich möchte wie gesagt nicht, dass ihr zu ultimativen Workaholics werdet. Das hört sich nämlich alles jetzt gerade so an, bloß es kann natürlich sehr helfen, sich diese relative Minimas zu merken, um praktisch das Eigenleben zu optimieren. Dasselbe geht beispielsweise auch für, sagen wir mal, Training. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt fitter werden und du sagst dir selbst, gut, ich versuche halt, Marathonläufer zu werden, dann könntest du probieren, zum Beispiel das Ganze graduell steigen zu lassen. Sag ich jetzt mal, jeden Tag versuchst du 100 Meter mehr zu rennen, sodass du halt vielleicht nach zehn Tagen Kilometer mehr rennst, nach 20 Tagen zwei Kilometer und so weiter und so fort. Oder du machst es einfach so, dass du halt hier auch wieder so ein relatives Minimum hast. Das heißt, das relative Minimum könnte zum Beispiel sein, jeden Tag mindestens, sagen wir mal, drei Kilometer zu rennen. Am ersten Tag schaffst du fünf, am zweiten schaffst du vier, am dritten schaffst du sieben und am vierten schaffst du drei. Das heißt, in diesem Falle wärst du halt praktisch immer über diesem relative Minimum beziehungsweise würdest halt gleich dem relative Minimum performen. Und dasselbe kannst du halt versuchen, auf jeden Aspekt deines Lebens zu übertragen. Das heißt, dass du beispielsweise sagst, okay, ich versuche jeden Tag so und so viele Videos zu erstellen. Das relative Minimum wäre dann zum Beispiel, sagen wir mal, fünf Videos. Und vielleicht schaffst du sie an einem Tag sieben zu erstellen, am nächsten sechs, am Tag darauf acht, dann irgendwann wieder fünf und so weiter und so fort. Bloß diese relative Minimas zu haben, kann extrem hilfreich sein, um produktiver zu werden und effektiver zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt du wäre, würde ich folgendes tun. Ich würde mir überlegen, welche Dinge ich tatsächlich möchte, welche Dinge sind mir wichtig. Ich würde nicht das relative Minimas allem zuschreiben. Zum Beispiel, ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, weiß ich nicht, in persönlichen Beziehungen sowas von wie, ich muss heute mindestens vier Nachrichten an meinen besten Freund geschickt haben. Das macht nicht viel Sinn, meines Erachtens. Bloß wenn es jetzt zum Beispiel um professionelle Dinge geht oder Dinge, die einem sehr wichtig sind, die auch gerne einen persönlichen Bezug haben können. Zum Beispiel Training oder es könnte auch sein sowas wie geistige Weiterentwicklung, dass du jeden Tag zum Beispiel, meditieren möchtest oder dass du jeden Tag sagst, gut, heute lese ich zum Beispiel ein paar Seiten in dem Buch. Nehmen wir mal an, du hast ein relatives Minimum von sagen wir mal zehn Seiten. Da musst du jeden Tag mindestens zehn Seiten lesen und dann versuchst du irgendwann zu erhöhen auf elf, dann versuchst du irgendwann zu erhöhen auf zwölf und so weiter und so fort. Bis du halt an den Punkt kommst, wo du merkst, du kriegst einfach nicht mehr hin. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da kannst du auch irgendwo mal einen Schritt zurückgehen. Bloß du sollst halt probieren, deine Limits immer weiter auszutesten, damit du halt mit der Zeit immer produktiver wirst. Und so zum Beispiel mache ich das auch. Ich habe relative Minimas für einige Dinge in meinem Leben und zum Beispiel ein relatives Minima, das ich habe, ist, dass ich mindestens jeden Tag 30 Videos erstellen möchte. Egal was ist, egal wo ich bin, ich versuche immer diese 30 Videos rauszukriegen. Und ich weiß, viele von euch werden sagen, Leon, das ist bekloppt. Aber nicht vergessen, ich bin nicht am Anfang, ich bin nicht bei diesem Prozess am Anfang, sondern ich mache diesen Prozess schon sehr, sehr lange durch. Das heißt, mein relatives Minima hat sich mit der Zeit immer weiter nach oben verschoben. Zum Beispiel, wenn du mit einem sehr guten Läufer, sag ich jetzt mal, sprichst oder mit einem sehr guten Schwimmer, sagen wir mal Michael Phelps oder so, und du würdest ihm sagen, so Michael, du musst jeden Tag sagen wir mal 10 Kilometer schwimmen, der würde sagen, ja klar, gut, 10 Kilometer ist viel, aber kriege ich schon irgendwie hin. Oder zum Beispiel mit einem, ja, um einem tollen Marathonläufer oder wem auch immer und du sagst der Person, du musst jeden Tag 10 Kilometer rennen, sagt die Person auch wahrscheinlich, jup, das kriege ich hin. Und das, wie gesagt, ist hier das A und O. Diese relative Minima anzupassen und irgendwann werden diese relative Minima so hoch sein, dass normale Leute sagen werden, das ist ja komplett bekloppt, wie kriegst du das hin, bloß du wirst halt mit der Zeit immer besser, du optimierst deine Prozesse, du wirst selbst smarter in diesem Bereich, hast eine viel, viel höhere Disziplin entwickelt und weißt einfach, was du selbst kannst und was du selbst nicht kannst. Und genau deswegen kann ich dir vorschlagen, diese relative Minimas in dein Leben zu integrieren. Versuchst du wirklich nur an wichtigen Punkten anzusetzen, nämlich wenn du sie an unwichtigen Punkten ansetzt, dann ist die Konzentration von den wichtigen, oder geht von diesen wichtigen Punkten, sag ich jetzt mal, ein bisschen ab, beziehungsweise wird gestört, hab es also wirklich nur für zum Beispiel solche Dinge wie Geld verdienen und da wären natürlich solche Dinge wie zum Beispiel Videos erstellen oder Wörter schreiben mir für ein Buch oder Coachings geben oder was weiß ich und dann nochmal für vielleicht Dinge, die so einen privaten Touch nochmal dazu haben, wie zum Beispiel trainieren gehen oder möglicherweise persönliche Beziehungen, Networking und so weiter und so fort, dass du dem Ganzen auch nochmal so ein relatives Minimum gibst, dass du halt mit der Zeit erhöhst, um dich selbst nach vorne zu pushen, deine Limits ein bisschen weiter zu erhöhen und grundsätzlich produktiver zu werden und mehr umzusetzen. Glaub mir, es wird halt dir extrem helfen, ich würde mich freuen, wenn du mal, wenn du das Ganze durchsetzt für dich hier in die Kommentarsektion schreiben könntest, ob das Ganze für dich gut funktioniert hat, für mich funktioniert es sehr, sehr gut und ich hoffe, dass euch das auch irgendwie hier weiterhilft. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet und ihr möchtet lernen, wie man produktiver wird und wie man online Geld verdient, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video soll es mal rund ums Thema Umsetzen gehen. Ich glaube, das größte Problem, das die meisten Leute haben, wenn sie als Unternehmer starten, ist, dass sie einfach nicht Dinge fertig bekommen. Ich möchte euch hier heute ein paar Tipps geben, wie ihr schneller umsetzen könnt. Ich möchte euch ein paar Regeln geben, die ihr vielleicht auch in euren Arbeitsalltag integrieren könnt und die euch hoffentlich dabei helfen, jeden Tag mehr zu schaffen. Ich muss zwar erst Folgendes sagen, ich habe sehr großen Gefallen darin, Geld zu verdienen und wenn man das heutzutage so offen sagt, da gucken einen viele Leute sehr schief an und das finde ich immer so interessant an der deutschen Kultur oder auch gerade halt im Westen habe ich oft das Gefühl, dass Leute, die halt wirklich Interesse daran haben, viel Geld zu verdienen und die sich verbessern wollen, die ein Unternehmen aufbauen wollen und die vielleicht doch im positiven Sinne gierig sind, dass halt auf diese Leute meist herabgeblickt wird und ich glaube ganz ehrlich, dass man eher von solchen Leuten lernen kann. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass ich mich grundsätzlich immer an den Leuten orientiere, die besser sind als ich und da gibt es Haufen Weise und die eine Sache, die für mich immer wichtig ist, ist, dass ich mir niemals selbst einbilde, dass ich irgendwas im Leben erreicht habe und das sehe ich in finanzieller Hinsicht so, das sehe ich in persönlicher Hinsicht so, ich habe immer diesen Fortschritt willen. Das heißt, für mich ist es wichtig, mich immer jeden Tag auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen, Leon, du hast vielleicht einige Dinge erreicht, das ist auch schön und gut so, bloß man sollte sich a. nicht auf diesen Dingen ausruhen und vor allen Dingen sollte man darauf achten, dass diese Dinge einen nicht irgendwie in eine höhere Position katapultieren. Im Sinne von, dass man selbst zu viel über sich selbst nachdenkt und sagt, ah, du bist ja so toll und du hast Geld verdient und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, versuche ich immer nicht zu tun. Nämlich gerade bei vielen Leuten und ich weiß jetzt nicht, ob das auf euch auch so wirkt, aber bei vielen YouTubern, bei vielen erfolgreichen Leuten ist es irgendwann so, dass die so ein bisschen hochnäsig werden, dass die irgendwann vielleicht so ein bisschen versuchen, über den anderen zu schweben. Und ich weiß nicht, ob ich so wirke, ich hoffe es natürlich nicht und das versuche ich auch jederzeit oder durchgehend mir immer zu sagen, dass, wie gesagt, finanzieller Erfolg nicht unbedingt bedeutet oder grundsätzlich nicht bedeutet, dass man sich für irgendetwas Besseres halten sollte. Das heißt, das A und O ist schon mal mit sich selbst zufrieden zu sein natürlich, aber man sollte sich selbst auch sagen, dass man halt nicht in Anführungsstrichen etwas Besseres ist. Ich weiß, das hört sich jetzt wirklich ganz, ganz eigenartig an, wenn ich das jetzt hier erzähle, bloß ich weiß, dass es bei sehr vielen Leuten ein Problem ist, die auf einmal schnell erfolgreich werden, viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass viele Leute, die viel Geld verdienen, vielleicht früher mal in diesem Bereich in Anführungsstrichen ein Komplex hatten. Das heißt, die Leute, die früher zum Beispiel sehr wenig Geld hatten, haben meist auch einen stärkeren Drang, sehr viel Geld zu verdienen. Es sind aber auch oft die Leute, die dann beispielsweise Geld in Luxusgüter stecken, das heißt, sich irgendwelche schnellen Autos kaufen und so weiter und so fort, nur um andere Leute zu beeindrucken. Zum Beispiel für all die Leute, die jetzt mich kennen, ihr wisst ganz genau, ich fahre nur nicht mal ein Auto. Ich fahre überall mit meinem Fahrrad hin oder ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, obwohl ich mir, wie gesagt, ein schönes Auto leisten könnte. Es heißt nicht, dass ich das vielleicht irgendwann mal tun werde. Es kann gut sein, dass ich mir irgendwann mal ein schönes Auto kaufen werde, bloß es sollte grundsätzlich nie, so zumindest denke ich das, ein Mittel sein, um anzugehen. Das heißt, der erste Punkt, den ich dir hier geben möchte, um selbst effektiver zu werden, produktiver zu werden und mehr umzusetzen, ist grundsätzlich, sich selbst zu sagen, dass du zwar schon Dinge erreicht hast, aber dass du grundsätzlich dich nicht auf diesen Dingen ausruhen solltest und vor allen Dingen, dass dich Erfolg nicht zu einem besseren Menschen macht. Keinesfalls. Du kannst natürlich durch Erfolg und durch, sag ich jetzt mal, Lebenserfahrung Leuten etwas mitgeben und vielleicht bist du auch irgendwann mal in einer lehrenden Position, bloß das heißt noch lange nicht, dass du über den anderen Leuten drüber schwebst. Dann der zweite Punkt und der ist für mich noch viel, viel wichtiger, ist, dass ich halt versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Das heißt, für mich zählt nicht unbedingt, wie viel Geld ich jeden Tag verdiene. Es ist natürlich auch wichtig, ich schreibe mir das auf, ich sage mir, okay, so und so viel Geld hast du heute verdient, bloß ich möchte vor allen Dingen eins, ich möchte mit mir selbst zufrieden sein. Zum Beispiel ein großes Problem, das ich früher hatte, ist, dass ich meine Zeit nicht effektiv genutzt hatte und als ich dann unternehmerisch tätig wurde, versuchte ich halt, meine Zeit immer effektiver zu verwenden und irgendwann merkte ich dann, aha, die Zeit, die ich jetzt praktisch jeden Tag in mein Unternehmen stecke, die bringt mich nach vorne und indem ich meine Zeit effektiv nutze, schaffe ich es natürlich auch, meine Einnahmen zu erhöhen. Denn der dritte Punkt ist der folgende, versuche immer, das, was bereits funktioniert, öfter zu tun. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich habe mir eine Sache gesucht, die wirklich gut funktioniert, das beispielsweise sind Online-Kurse, ich weiß, wie man Online-Kurs produziert, ich weiß, wie man den Kurs publiziert, ich weiß, wie man den Kurs vermarktet, ich weiß, wie man mit Geld verdient und genau diesen Prozess wiederhole ich jetzt, wiederhole ich jetzt, wiederhole ich jetzt. Weil nochmal, du musst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, du musst einfach nur das Rad, sag ich jetzt mal, verwenden und wie gesagt, den Karren jeden Tag ziehen, wenn man die Metapher soweit ausführen möchte. Dann der nächste Punkt ist natürlich auch nochmal der folgende, nämlich, effektiv zu nutzen, ist natürlich das A und O, dass du immer mal wieder reflektierst und dir selbst sagst, nutze ich denn meine Zeit effektiv für etwas, was sinnvoll ist. Zum Beispiel, du könntest natürlich auch jeden Tag sehr effektiv sein und sehr viel schreiben, möglicherweise, einen tollen Artikel verfassen oder viele tolle Social Media Posts machen und am Ende des Tages liegst du im Bett und sagst, ha, ich habe heute meine Zeit effektiv genutzt. Bloß wenn diese effektive Nutzung nicht auf ein Ziel führt, dann war es vielleicht auch nicht besonders effektiv. Du hast vielleicht die Zeit effektiv genutzt, aber die Zeit an sich, die du investiert hast, war vielleicht nicht effektiv in deinem Leben, hat dich nicht nach vorne gebracht. Das A und O ist also, wenn du beispielsweise jetzt ein Unternehmen aufbaust, dass du dir nicht nur sagst, ich versuche meine Zeit effektiv zu verwenden, sondern natürlich, und das ist der zweite Schritt dann eher, zu sagen, gut, ich versuche grundsätzlich erstmal, ja, mir etwas zu suchen, was wirklich sinnvoll ist. Nämlich, ich denke persönlich, dass es wichtig ist, erstmal sich selbst zu entwickeln, das heißt, zeiteffektiv nutzen zu können, hart arbeiten zu können, smart arbeiten zu können und so weiter und so fort und dann sucht man sich etwas, wo man diese Fähigkeit drauf projiziert. Das heißt, dann sucht man sich etwas, wo man diese Fähigkeit anwenden kann. Das ist wie beispielsweise, nehmen wir an, du trainierst den ganzen Tag und baust große, starke Muskeln auf, da musst du dich natürlich fragen, was machst du damit? Was macht man mit diesen Muskeln, in Anführungsstrichen? Und genau dasselbe ist es natürlich auch mit persönlichen Eigenschaften. Nämlich, wenn du zum Beispiel extrem hart und sehr effektiv arbeiten kannst, muss man sich natürlich fragen, für was mache ich das Ganze? Woran kann ich hart und effektiv arbeiten? Das heißt, wenn du dann diesen Punkt gefunden hast, dann wie gesagt, hast du etwas, was dich im Leben weiterbringt und dann geht es halt nur nochmal darum, zu wiederholen, zu wiederholen. Ein Tipp, den ich grundsätzlich euch schon, denke ich, ein paar Mal gegeben habe, ist natürlich etwas, einen monetären Wert zu geben. Das heißt, dass du dir selbst im Leben sagst, okay, wenn ich jetzt ein YouTube-Video aufnehme, dann hat dieses YouTube-Video für mich einen monetären Wert von, sagen wir mal, 20 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt ein YouTube-Video abdrehe, weiß ich, ich habe ungefähr 20 Euro damit gemacht. In diesem Falle wird es zum Beispiel so sein, dieses Video jetzt hier, das wird mir wahrscheinlich nicht extrem viel Geld machen, ich würde mal sagen, das macht vielleicht 10 Euro oder so. Dafür, wie gesagt, musste ich jetzt keinen Content vorbereiten. All das, was ich euch jetzt hier gerade sage, fällt mir praktisch jetzt gerade erst so ein. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass ich keine Skripte für meine Videos habe. Ich weiß noch nicht mal, was ich als nächsten Punkt euch nennen werde. Es ist meist eher so, dass ich halt anfange zu reden und dann mit der Zeit fallen mir diese Punkte ein. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit, die viele Leute haben oder die meisten von euch werden sicherlich sagen, das könnte ich nicht. Aber das A und O ist halt für euch, dass ihr etwas findet, was ihr könnt und wenn ihr etwas könnt, dann versucht, diesem etwas einen monetären Wert zu geben und das Ganze so ein bisschen runterzubrechen auf die unterschiedlichen Produkte. Zum Beispiel in meinem Fall, wie gesagt, sagen wir mal, ein YouTube-Video macht mir im Durchschnitt 20 Euro und ich gehe halt wirklich davon aus, dass es vielleicht in seiner Lebenszeit 20 Euro verdient. Wenn es irgendwann mal 50 Euro macht oder 100 Euro macht oder wie auch immer, macht mich das natürlich sehr glücklich und ich bin dann zufrieden. Bloß ich gehe davon aus, Minimum 20 Euro möchte ich mit diesem Video hier im Durchschnitt machen. Dasselbe gilt natürlich auch wieder für einen Online-Kurs. Nämlich nochmal, diese Berechnungen, die ich ja dann mit diesen Summen mache, die müssen sich für mich lohnen. Nämlich, wenn ich beispielsweise sage, gut, ich kann drei Videos pro Stunde aufnehmen, dann weiß ich, hm, damit würde ich nur 60 Euro machen. Lohnt sich eigentlich so für mich nicht. Genau deswegen versuche ich halt, Content wiederzuverwenden. Das heißt, den Content, den ich schon mal aufgenommen habe, versuche ich dann nochmal mit anderen Videos zu verbinden und nochmal das Video hochzuladen. Da schaffe ich es dann zum Beispiel, sagen wir mal, ein einstundenlanges Video zu produzieren innerhalb von fünf Minuten und weiß dann halt, okay, ich habe die Zeit, die ich damals investierte, um die Videos aufzunehmen, nun nochmal, sag ich jetzt mal, zu Geld gemacht, um praktisch diese Zeit noch effektiver zu nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich nur Videos aufnehmen würde und ich würde die Videos nicht wiederverwenden, dann würde sich YouTube für mich nicht lohnen. Obwohl, wenn ich an die Kursverkäufe denke, doch, wahrscheinlich würde es sich dennoch lohnen, bloß, es lohnt sich natürlich noch viel mehr, wenn ich Content wiederverwende. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin T-Shirt-Designer oder ich erstelle Online-Kurse oder ich kann Kindle-Bücher schreiben oder was auch immer, dann gib all diesen Dingen einen monetären Wert, zum Beispiel 100 Euro oder 1000 Euro oder wie viel auch immer und dann überleg dir, welches Ziel hast du jeden Monat? Sagen wir mal, du möchtest 10.000 Euro Mord verdienen, dann überleg dir, was musst du tun, um 10.000 Euro zu verdienen? Zum Beispiel nehmen wir an, du gibst jedem Kurs einen monetären Wert von 2.000 Euro, das heißt, du weißt, dass dieser Kurs mindestens in seiner Laufzeit 2.000 Euro macht, dann müsstest du halt 5 Kurse pro Mord erstellen, um auf 10.000 Euro zu kommen. Wenn du weißt, dass die Kurse vielleicht 5.000 machen, müsstest du gerade mal 2 erstellen und dann überlegt man sich, hm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 2 Kursen 10.000 Euro mache und ich schaffe 2 Kurse vielleicht schon in 2 Wochen zu erstellen, was mache ich mit den restlichen 2 Wochen? Klar, erstelle ich vielleicht nochmal 2 Kurse und mache damit 20.000 Euro. Dann, der nächste Punkt ist natürlich und der ist auch nochmal wichtig, dem Ganzen eine Hierarchie zu geben, das heißt, sich zu überlegen, was macht mir am meisten Geld? Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir selbst sage, gut, es gibt einige Dinge, die machen mir sehr viel Geld und es gibt andere Dinge, die machen mir sehr wenig Geld. Die Dinge, die mir nicht besonders viel Geld machen, die versuche ich so passiv zu machen, wie nur irgendwie möglich, das heißt, outzusourcen, zu optimieren und so weiter und so fort, dass ich dann möglichst wenig Zeit investieren muss. Zum Beispiel YouTube ist eine von diesen Einnahmequellen, die am Anfang wirklich nicht profitabel war, bloß dann mit der Zeit wurde sie immer profitabler, ich verdiene wie gesagt Geld durch Sponsoren, durch Ad Revenue, durch Kurse, die ich verkaufe, durch Coachings und so weiter und so fort und deswegen lohnt sich diese Einnahmequelle für mich. Am Anfang hatte ich wie gesagt diese Einkommensströme noch nicht, da hat es sich nicht gelohnt, gut aber, dass ich dennoch diesen Weg ein bisschen weiter gegangen bin. Nämlich nur, weil sich etwas im Short-Term nicht lohnt, heißt es noch lange nicht, dass sich etwas im Long-Term nicht lohnt. Das heißt, gib Dingen Zeit, versuch vor allen Dingen halt dran zu bleiben an Dingen, jeden Tag dort dran zu arbeiten und wenn du vielleicht merkst, dass es nach sechs Monaten überhaupt nicht funktioniert, da kommt nichts mit rein und du siehst auch, dass es da keine Entwicklung gibt, dann vielleicht lass es liegen oder optimierst oder automatisierst, sodass du halt möglichst wenig Zeit damit verbringst. Dann, der nächste Punkt ist auch nochmal der folgende, nämlich versuche grundsätzlich immer, jegliches Geld zu verdienen, das du verdienen kannst. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht so ein Tipp, der sich ein bisschen eigenartig anhört, aber bei mir ist es halt immer so, dass ich grundsätzlich nie Geld liegen lasse. Ich versuche jede Person, die mich anschreibt oder jede Person, die mir irgendeinen Deal gibt oder was auch immer dazu zu bringen, mir Geld zu zahlen. Und da kommen wir zum ersten Punkt zurück, den ich hier in diesem Video machte, nämlich die gute Gier nach Geld. Ich glaube, es ist grundsätzlich nichts Schlechtes zu sagen, ich investiere Zeit darin, Geld zu verdienen, um mir selbst ein besseres Leben zu erarbeiten. Solange man andere Leute nicht über den Tisch zieht und solange man fair ist, denke ich, ist es wirklich nicht schlecht, wirklich nicht schlecht nach Geld im Ausschau zu halten und versuchen, mehr Geld zu verdienen. Da ist absolut nichts verwerflich dran und da ist absolut nichts schlecht dran, dass es sogar eher etwas sehr Gutes ist. Man kurbelt die Wirtschaft an, man gibt sein Bestes, sich selbst ein besseres Leben aufzubauen, seinen Freunden vielleicht zu helfen, man kann auch Geld zurückgeben und so weiter und so fort. Und das war zum Beispiel eine Vision, die ich euch auch schon hier vor einiger Zeit auf dem Kanal offenbarte, in Anführungsstrichen. Ich würde sehr gerne eines Tages mehr zurückgeben wollen. Zum Beispiel derzeit bin ich noch an dem Punkt, wo ich wirklich in meiner eigenen Tasche arbeite. Das heißt, ich bin derzeit an dem Punkt, wo ich Geld verdiene, weil ich halt selbst dieses Geld in Anführungsstrichen brauche, um mich finanziell abzusichern. Bloß eines Tages, wenn es wirklich genug Geld ist oder so viel Geld ist, dass ich Geld zurückgeben kann beziehungsweise ein Projekt investieren kann und so weiter und so fort, wäre das auf jeden Fall ein Schritt, den ich sehr, sehr gerne gehen würde. Und ich glaube, genau diese Möglichkeit hast du halt nicht, wenn du den ganzen Tag dir darum Sorgen machen musst, wie viel Geld denn tatsächlich jetzt auf deinem Konto ist und du denkst dir vielleicht, Mist, jetzt habe ich wieder nur noch 20 Euro für die nächsten vier Tage zum Ausgeben oder möglicherweise habe ich jetzt nur noch 200 Euro auf dem Konto, aber ich habe doch noch ein paar Wochen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Position bist, wo du finanzielle Freiheit hast, kannst du natürlich anderen Leuten sehr, sehr viel mehr zurückgeben und dann macht es auch sehr, sehr viel mehr Spaß, Leuten etwas zurückzugeben. Und einer der Punkte, den ich euch auch noch mal geben möchte, hinsichtlich Umsetzen, ist natürlich auch noch mal der folgende, nämlich wenn ihr bereits am Umsetzen seid, dann versucht halt im Prozess euch immer weiter zu optimieren. Das heißt, habt diesen Fortschrittswillen, versucht grundsätzlich jeden Tag immer ein bisschen besser zu werden. Nämlich wenn ihr jeden Tag nur so ein bisschen, ein bisschen besser werdet, ein bisschen effektiver werdet, wird es irgendwann ein exponentieller Prozess und ihr werdet erfolgreicher werden, werdet bessere Kurse produzieren können, falls ihr nun Kurse produziert oder werdet mehr Bücher schreiben oder werdet mehr Coachings geben oder werdet vielleicht neue Wege finden, Geld zu verdienen, ihr werdet mehr Leute anziehen und so weiter und so fort. Ich glaube erst mal, wenn man wirklich das Thema Geld gemeistert hat und ganz genau weiß, wie es funktioniert, dann ist das mit Abstand einer der wichtigsten, oder vielleicht einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Fähigkeiten im Leben. Nämlich noch mal, du kannst zum Beispiel wirklich smart in, sagen wir mal, Physik sein oder du kannst ein toller Tänzer sein oder du kannst, sag ich jetzt mal, ja, Ahnung davon haben, wie man ein wunderschönes Gemälde malt. Bloß, wenn du halt wirklich nicht weißt, wie man Geld verdient und du hast keine Ahnung davon, wie man im Leben finanziell nach vorne kommt, dann ist man halt immer in diesem Hamsterrad drin. Und genau das, wie gesagt, versuche ich euch irgendwie wegzunehmen, dieses Hamsterrad. Einfach mal zu sagen, probiert es doch mal auf eigene Faust. Vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es nicht, aber es nicht zu probieren, wäre wie gesagt der größte Fehler. Heißt also, meine Tipps hinsichtlich Umsätzen sind, versuche dich durchgehend zu optimieren, denn sei dir halt sicher, dass du allen Dingen einen monetären Wert gibst. Sei ruhig ein wenig gierig nach Geld. Versuche grundsätzlich nie, durch deinen finanziellen Erfolg, dich irgendwie bei andere Leute zu stellen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, das A und O ist eher dann zu sagen, okay, ich bin in dieser Position, ich bin in einer leeren Position, ich kann anderen Leuten helfen, nach vorne zu kommen. Und vor allen Dingen, wenn du halt mehr umsetzen möchtest, dann versuche natürlich auch, sag ich jetzt mal, Gefallen daran zu finden, umzusetzen und halt mit Dingen fertig zu werden. Versuche dir wirklich einzuführen, versuche dich selbst jetzt mal einzuprägen oder versuche dir vorzustellen, wie es ist, wenn du einen bestimmten Erfolg hattest. Zum Beispiel eine Person, die ich da mal zitieren möchte, was ich ganz interessant fand, nämlich ich hatte vor ein paar Tagen mal eine Reportage über Arnold Schwarzenegger gesehen und es war interessant, wo er nämlich über seine Bodybuilding-Karriere sprach und meinte praktisch, er würde, der einzige Grund, warum er so erfolgreich wurde in diesem Bereich oder grundsätzlich im Leben, als, sag ich jetzt mal, Schauspieler oder als Gouverneur oder wer auch immer, er hat sich immer ganz genau vorgestellt, wie es aussieht, dort zu sein. Das heißt, wie es aussieht, zum Beispiel halt bei ihm ja Mr. Olympia zu gewinnen oder zum Beispiel, wie es ist, Gouverneur zu sein oder wie es ist, der erfolgreichste, ja, sag ich jetzt mal, Actor zu sein, der erfolgreichste Schauspieler zu sein und so weiter und so fort. Und bei mir ist es halt zum Beispiel so, dass ich mir überlege, wie viel Geld möchte ich mit etwas verdienen, das heißt, ich überlege mir ganz genau, wie viel Geld ich damit verdienen möchte und dann überlege ich mir, welche Schritte muss ich tatsächlich gehen, um dort hinzukommen. Diese ganzen kleinen Schritte gehe ich dann hintereinander, egal was es kostet und dann weiß ich halt auch, dass ich irgendwann an diesem Punkt ankommen werde und mein Ziel realisieren werde. Aber gut, das war es dann hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Ich danke dir.